So liebe Leute, ein herzliches Willkommen zu unserem allerersten Fußball-Talk. Ja, ich habe vorhin schon so begonnen, wir haben ja schon eine Aufnahme gestartet, die ist uns mal gleich flöten gegangen. Der Roundhouse-Kick, damit wir zumindest mit Kick haben wir ja sogar ein Fußball-Synonym drin. Ich begrüße die allerersten beiden Gäste, Baumi und Barney. Baumi, du zuerst? Grüß euch, freu mich, dass ich da bin. Baum hat der LP, muss ich ja den ganzen Namen sagen. Stell mal einer vorher, einer wird jetzt eingeben bei Google und Baumi eingeben. Was kommt denn dann raus? Wahrscheinlich irgendein Busch oder sowas. Barney, wie sieht es bei dir aus? Kommt dann Barney raus, ja? Ja, ich glaube schon. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. So, wir haben uns heute hier eingetroffen, um Ihnen die Ausreise zu genehmigen. Nein, Quatsch beiseite. Wir wollen halt ein bisschen über Fußball talken, über die schönste Nebensache der Welt. Wollen Sie ein bisschen Revue passieren lassen, was in der Hinrunde passiert ist? Wollen ein bisschen vorausschauen, spekulieren, uns die Sommertransfers nochmal ein bisschen genauer angucken, weil jetzt kriegen wir auch so ein bisschen ein Feeling dafür. Wir sind die Spieler angekommen. Natürlich geht es auch um die Bundesliga, überwiegend um die Bundesliga. Über die Superbayern, die schwächelnden Borussen, aber auch Champions League und die Weltmeisterschaft sind unsere Themen. Wir gucken mal, wie lange wir brauchen. Also ich sage mal, jetzt eine Stunde. Und vielleicht der ein oder andere Zuschauer wird jetzt lachen, weil er sieht, das Video geht dann doch drei. So, wir fangen ganz vorne an, würde ich sagen, das Frischeste kommt natürlich zum Anfang. Der 15. Bundesligaspieltag bracht ja, ja, ich würde jetzt sagen, bei den Borussen Ernüchterung, zumindest die Borussen aus Dortmund. Und bei Leverkusen, ja, Friede, Freude, Eierkuchen. Die haben heute spielfrei. Was sagst du, Baumi? Tja, Leverkusen momentan ja so ein bisschen in der Zwickmühle. National läuft es wirklich super, was man nicht unbedingt erwartet hätte. Stehen auf der 2 nur vier Punkte hinter Bayern. Aber international natürlich richtig auf die Fratze bekommen da von Manchester United zu Hause. Also so ein bisschen die zwei Gesichter der Mannschaft. Und ich denke mal, das wird auch so ein bisschen noch die Unerfahrenheit sein. Auch vom Trainer jetzt, Samy Hüppier, der ist ja auch noch nicht so lange jetzt im Profigeschäft unterwegs, zumindest nicht alleine. Das war ja vorher so ein Doppelkombo mit dem Lewandowski, hat er, glaube ich, geheißen. Ist die aufgelöst? Die ist aufgelöst, ja. Also der Lewandowski ist jetzt wieder zurück im Jugendbereich. Das war ja auch damals früher der Jugendtrainer und ist dann ja quasi eingesprungen. Ich weiß gar nicht mehr, wer war denn vorher noch mal der Trainer gewesen in Leverkusen? Der Heinges, glaube ich, ne? Heinges war der Trainer, das Jahr davor war, bevor er zu dem Bayern ist, genau. Und dann haben die das installiert. Ja, ich meine, für die ist das eine schöne Sache. Wir haben jetzt auch sechs Punkte vor Dortmund Vorsprung. Also ich denke mal, das ist eine super gelungene Hinrunde von Leverkusen bis jetzt. Schönes Nikolaus-Fest zumindest. Barney, was sagst du zu Borussia Dortmund? Ja, die Dortmunder 1-0-Niederlage. Natürlich war eigentlich anfangs vielleicht nicht so zu erwarten, aber ich hatte es ja in der ersten Aufnahme schon ein paar Mal angesprochen. Grundsätzlich einfach das Verletzungspech in der Verteidigung. Also mit Durm, Friedrich, Sokrates und Großkreuz, das ist natürlich eigentlich nicht die Stammhintermannschaft letztendlich. Von den Dortmundern, weil da fehlt ein Piszczek, der zwar eingewechselt wurde, der jetzt langsam wieder, sag ich mal, an den Ball kommt. Aber ansonsten Hummels verletzt, Subotic verletzt, Schmelzer verletzt. Also das ist natürlich vor allem in der Defensive schon ganz, ganz bitter gelaufen für die Dortmunder. Und ich denke, die müssen sich da letztendlich erstmal noch ein bisschen finden. Ich meine, zuletzt hat es meistens ganz gut funktioniert, haben teilweise dann noch die Siege eingefahren. Aber man merkt es auf jeden Fall. Man merkt es, dass da einfach ganz, ganz wichtige Stammkräfte fehlen. Und ja, von daher vielleicht jetzt nicht die ganz große Überraschung. Was ich jetzt so krass fand, ist, oder was man jetzt immer häufiger sieht, natürlich die Verletzungsorgen sind klar. Ich meine, das kann man nicht von der Hand weisen. Und nicht jede Mannschaft hat die Möglichkeiten, wie der FC Bayern München, sich die fast identische Mannschaft nochmal auf die Bank zu setzen. Klar, kommen wir aber nochmal gleich drauf. Was ich aber viel auffälliger fand gestern bei dem Spiel, dass sie auch offensiv keinen Weg gefunden haben, gegen Leverkusen vorzukommen. Leverkusen hat ja mit einer Zweierreihe gespielt, also eine Viererkette und dann drei defensiven Mittelfeldspielern. Und da hat Dortmund spieltechnisch keine Möglichkeit gefunden. Reus kam auch relativ später, wurde es nochmal so ein bisschen dynamisch. Die letzten zehn Minuten vom Spiel, die darf man ja, glaube ich, auch gar nicht mal rechnen, weil das war ja nur noch ein Hin- und Her-Gebolze. Da hätte er aber nochmal gut reinfallen können. Hat mich so ein bisschen an Malaga erinnert, aus der Champions League im Vorjahr. Also das war, wie gesagt, aber sie haben trotzdem die Zeit über keine Möglichkeit gefunden. Und jetzt meine Frage, die dahinter steckt an euch, ist Dortmund mental oder auch spielerisch noch nicht so weit, dass sie sich darauf einstellen können, dass die Gegner sich hinten reinstellen? Ich meine, die Bayern waren das ja gewöhnt. Und bei Van Raal habe ich ja immer schon gesagt, dass das Problem, dass sie, wenn Mannschaften mitspielen, hat Bayern eine gute Chance. Wenn sie sich hinten reinstellen, finden sie einfach keine Möglichkeiten, die Dinger reinzumachen. Und an dem Punkt finde ich Dortmund zurzeit natürlich riesen Respekt aufgebaut, denke ich mal so, in dem letzten Jahr bei vielen Mannschaften mit dem Champions League-Finaleinzug. Aber jetzt kommen so ein bisschen die Probleme oder liegt das nur an dem Verletzungspech, Baumi? Also ich kann mir das nicht vorstellen, weil wenn man auf die Mannschaft mal guckt, klar, hinten müssen sie umstellen, ist klar, fehlen wirklich einige Leute. Aber ansonsten, wenn man mal guckt, Bender, Sahin, dann haben wir Aubameyang, dann haben wir Mishitalian, Wachikowski, Lewandowski, das ist das, was wir dir aufbieten können. Reus, klar, der wäre noch drin normalerweise, aber du musst doch zu Hause Tore machen können, auch gegen Leverkusen, die hinten drinstehen, ja, ist doch wahr. Also ich meine, wenn sie es gegen Leverkusen nicht schaffen zu Hause, was wollen sie denn machen, wenn Bayern kommt? Aber Bayern hat es ja auch nicht geschafft. Bayern hat es ja auch nicht geschafft gegen Leverkusen. Die haben 90 Prozent Ballbesitz gehabt und 1 zu 1 gespielt. Ja, vielleicht haben die irgendwo da so ein Geheimnis, wo wir nicht so genau wissen. Aber ja, ich finde es immer so ein bisschen, wenn man halt mal redet und Verletzungspech und so weiter, logisch hat das einen Einfluss, aber das klingt immer sehr nach Ausrede. Wenn ich eine Mannschaft habe, die im Champions-League-Finale war im Vorjahr und klar, die haben Götze verloren, aber die haben ja auch Leute gekauft. Ist ja nicht so, dass die jetzt da mit dem Urkader spielen müssen und verlieren nur Spieler, wie das jetzt teilweise bei Freiburg natürlich ist, wenn man bei den kleinen Vereinen guckt. Aber ich finde, man muss einfach dann wirklich mehr daraus machen können vorne. Und wenn man es halt nicht kann, dann muss man es eher zwingen. Klingt immer auch so schön, aber... Sagt man ja so gerne, ja. Ich finde, Dortmund ist noch eine der wenigen Mannschaften, die so ein paar Kerle irgendwie auch... Also zumindest mannschaftlich haben die so ein paar Kerle, die da mal schön reinhäuzen. Wenn ich mir... Also so ein Großkreuz, der geht mal gut auf die Hölzer. Aber auch, wie heißt der hier gleich, der Kuba, der Blasikowski, ist auch so einer, der auch mal wirklich mal noch ein paar Meter mehr rennt, als er eigentlich kann. Das ist eigentlich schon sehr auffällig, aber es hat trotzdem nicht gereicht. Natürlich die andere Frage, die du schon angesprochen hast, das Thema, die Thematik, Verletzungspech und dann natürlich die zweite Reihe. Ist das einfach zu schwach, um dann oben, da ganz oben mitzuhalten? Und man muss ja bald sagen, mit den Bayerns mitzuhalten oder mit Leverkusen mitzuhalten, Barney? Ja, ich sehe das absolut auf jeden Fall so. Also wenn man mal auf die Bank guckt, wer Dortmund war. Das war der Piszczek, gut, eigentlich Stammspieler, ist jetzt wieder im Aufbau, lasse ich mir eingehen. Dann hast du einen Jonas Hofmann, Nachwuchspieler. Dann hast du einen Sebastian Kehl, alter Mann. Einen Kirch, der vor ein paar Jahren noch kein Mensch ungefähr gekannt hat. Gut, ein Reusklar, ein Schieber, ist für mich auch nicht unbedingt der 1a Backup-Stürmer hinter Lewandowski. Also stell dir mal vor, Lewandowski wäre da vorne verletzt, gut, dann würden sie wahrscheinlich vorne eher Miktarien reinstellen oder so. Aber einen Schieber dann einfach mal so dran denken, den da von Spiel zu Spiel in der Stammformation zu sehen. Also da reicht die zweite Reihe einfach überhaupt nicht. Also ich meine, da sind ein paar gute Jungs drin, die auch vielleicht Talent noch haben, die sich noch gut entwickeln können, wie ein Hofmann zum Beispiel oder auch ein Duksch, wo ein paar Mal jetzt schon gespielt hat in der ersten Mannschaft. Aber grundsätzlich muss man sagen, wenn man das mal mit die Bayern vergleicht, dann ist das wie Tag und Nacht. Also da fehlt einfach die Qualität auf der Bank. Kann man absolut so sagen. Ja, so ein Verletzungs... Ja, Baumy? Nee, ich wollte eigentlich noch mal reinwerfen. Die Frage an sich, war es denn die letzten Jahre anders bei Dortmund? Ich kann mich nicht erinnern, dass da die Bank großartig gut gewesen wäre. Die haben das eigentlich permanent so gemacht, dass da Jugendspieler reinkamen, dass die aufgebaut wurden. Auch damals noch der Lewandowski war ja nicht immer Nummer eins Stürmer. Er hat ja vorher der Barrios gespielt. Lewandowski quasi der zweite. Und Julian Schieber hat ja Qualität. Da müssen wir nur mal gucken, was der Nürnberg gemacht hat. Der hat das Team ja quasi vor ein paar Jahren alleine durchgezogen durch die Liga. Ja. Also da, ich weiß nicht, das klappt halt irgendwie nicht. Wir haben ja auch schon mal angesprochen, die Bayern eventuell vielleicht, dass die Schere zu weit aufgeht, dass es halt jetzt irgendwo rauskommt, dass man das so auffällig findet bei Dortmund. Gerade die Sache mit der Schere finde ich halt, das ist eine schöne Überleitung. Gerade Bremen-Bayern 0-7. Muss man sich als Bundesligist, darf man sich so abschlachten lassen, Barney? Boah, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Zu Hause? Vor allem nicht zu Hause. Ich wollte es gerade sagen. Also heftig, heftig, heftig. Also ich hätte es nie im Leben erwartet. Ich habe persönlich ein 4-0 getippt, was schon eigentlich recht ordentlich war. Und wenn man auch mal guckt, hinten in der Verteidigung auch ein Dante einfach mal so geschont worden. Und ein Van Beuthen, was macht er? Ein klasse Spiel macht er. Also das sind dann einfach, da freuen sich glaube ich auch die, da freut sich jeder Einzelne im kompletten Kader, wenn der spielen darf und die geben da 110 Prozent. Und das ist einfach nur zu bewundern momentan, was die für einen Fußball spielen. Also sowas von geil. Gestern war es extrem. Müssen Zuschauer mal sagen, heute haben wir Sonntag nach dem, ja, nach Xavier, Sturm Xavier in Bremen. Oder Sturm Bayern. Kommt man eigentlich mal wissen, hätten sie eigentlich Wettervorhersage auch gleich mal mit den Bayern-Logos machen können. In Bremen war ja auch gut Tempo. Ich weiß nicht, also ich sehe das alles ein bisschen kritisch. Natürlich ein großer Weißer, ich bin ja Bayern-Fan, aber trotzdem sehe ich so ein bisschen die, ich finde das gut, dass Bayern so spielt. Alles finde ich geil. Gucke ich mir gerne an und ich feiere das und jubel auch, wie ein Gestörterduss. Ich finde diese Haltung, ich weiß jetzt nicht genau, wie der heißt, hinter Dutt, also der Sportdirektor von Bremen. Eichin. Thomas Eichin. Ich weiß nicht, was das ist, wenn man sich dann nach dem Spiel hinstellt, noch so ein verschmitztes Lächeln auf den Lippen hat und dann den Zuschauern, die da hingehen, die kaufen sich eine Jahreskarte. Oder, weil das war auch noch zu Hause, das ist ja das Kranke dabei. Die gehen da jedes Mal ins Stadion, feuern die Mannschaft an und investieren viel Geld. Für einen normalen Berufstätigen ist das viel Geld, wenn man jedes Mal ins Stadion möchte. Und alles drum und dran halt eben, wenn man den Leuten erzählen, dass Bremen, so war der Wortlaut, von Dutt oder von ihm, dass Bremen sich dann doch mit Mannschaften auf gleichem Niveau messen muss. Ach, das habe ich gehört, genau. Die spielen in der Bundesliga. Bremen war vor zwei, drei Jahren, drei Jahren, sagen wir mal, waren die noch absolut top mit dem Schaf. Immer eine gefährliche Mannschaft, da ist keiner gerne hingefahren. Und das war eine Rekordheimniederlage. Also das gab es noch nie. Und ich meine, der Fußball vor 20 oder vor 40 Jahren, von mir aus, da war ja noch ein bisschen krasser manchmal, die Unterschiede zwischen den Mannschaften. Wenn da mal einen Lauf hatte, dann gab es auch mal ein 11-0 oder 12-0 und solche Geschichten. Das hat man ja schon lange nicht mehr gesehen. Aber sich dann zu Hause so 0 zu 7 abschlachten zu lassen und dann dann zu behaupten, ja, wir messen uns dann mit Mannschaften auf gleichem Niveau. Also das finde ich dann schon ein bisschen frech, wenn nicht sogar dreist, insbesondere den Fans gegenüber. Oder, Baumi? Ja, man weiß ja nicht, ob er eine Glaskugel zu Hause hat. Vielleicht meint er ja Paderborn oder Union Berlin. Ich weiß es ja nicht. Also wenn man sich die Entwicklung von denen mal anguckt. Also es ist jetzt eigentlich schon seit ein paar Jahren, man darf nicht vergessen, damals noch Europa-League-Finale gegen Dobbschachtja Donetsk gespielt. Das war ja noch mit dem Schaf. Und dann ging es rapide bergab, auch was die Transfers angeht. Also wenn man mal gucken muss, was die eingekauft haben. Also Gebre Selassie, das war ein Spieler, der hat glaube ich bei der WM oder wo war das, wo er da gut gewesen ist oder Euro 212, keine Ahnung. Den kaufen die sich. Das ist ein Spieler, der vorher eigentlich noch nie so wirklich was gebracht hat. Aber irgendwo fehlt da das Händchen. Die haben ja früher auch schon Spieler geholt, wo keiner wusste, aber die haben eingeschlagen. Also irgendwo fehlt da was. Dann holen sie sich einen Elia, der ist in Hamburg gewesen, weiß ich ja perfekt, was das für ein Spieler ist. Der hat Talent, der hat wirklich Talent, aber der zieht mit seiner Art und Weise diesem Larifari und was weiß ich. Und der zieht die ganze Mannschaft runter. Es ist wirklich so. Und Leistung bringt auch nicht. Und es zieht sich dann durch die ganze Mannschaft. Und wenn man mal geguckt hat, wie Bremen, sagen wir mal, wie die da standen. Das hat ja schon am Anfang angefangen, nach dem ersten, zweiten Tor. Da haben die normale Mannschaft, würde sich hinstellen, kommt Jungs, wir kämpfen, wir auen rein. Braunschweig war vor einer Woche noch in München und ist mit 0-2 nach Hause geschickt worden. Das ist alles machbar, das ist alles in Ordnung. Und die haben gekämpft und die hatten, ich war ja selber in München, habe es ja gesehen, die hatten auch ihre Chancen. Da war auch, wenn sie ein bisschen mehr Glück gehabt hätten, Neuer ist da zwei, dreimal an den Bällen vorbeigeflogen. Braunschweig ein bisschen Glück und dann wäre das vielleicht noch als 1-2 gefallen. Und man weiß, ob die gewonnen hätten, wenn es dann mal so weitergeht. Wie gesagt, konjunktiv weiß man ja alles nicht, aber die sind 0-2 nach Hause gefahren. Das war eine ordentliche Vorstellung. Und Bremen lässt sich, meiner Meinung nach ist das ein Problem, dass die sich da so abschlachten lassen dann. Das ist ein mentales Problem und eine allgemeine Haltung zum Verein gegenüber, zu den Fans. Also, ich kann mich doch nicht, denn lieber nehme ich noch eine fünfte gelbe Karte in Kauf. Aber Hauptsache, ich trete da irgendjemand die Beine weg. Also das, oder? Also ich würde mich doch nicht, wenn ich Fußballer bin, doch nicht mitspielen möchte in der Liga. Und die sind ja nicht so, dass man sagt, ja die haben größere Lungen, die können mehr laufen. Die sind doch alles die gleiche. Also profitechnisch sind die ja eigentlich, auch physisch gesehen, sind die auf gleichem Niveau. Und Bremen war sogar ja noch ein Vorteil, die haben ja unter der Woche nicht gespielt. Richtig. Die hatten ja eine ganz andere Regenerationsphase als die Bayern. Und dann lassen sie sich trotzdem, da ist doch keiner mehr gelaufen, die verlieren da den Ball auf halber Ebene. Und dann bleiben die da stehen, also als Fan von Bremen. Also ich habe es ja am Anfang der Saison schon gesagt, ich sehe die noch viel weiter unten, als sie jetzt stehen. Die haben ja schon, glaube ich, elf Punkte oder sowas. Das ist ja nicht so schlecht. Oder 15, ich weiß gar nicht genau. 15 müssten sein, ja. Ich hatte für noch die Tabelle offen, da habe ich es gesehen. 16 sind es sogar. Ja, da muss ich mich doch ein bisschen bewegen. Da muss ich doch zurücklaufen mit allen Mann. Und wenn es dann halt 4-0 steht, mein Gott, dann bleibe ich hinten stehen und versuche dann über Konter zu gehen. Das hat man doch schon bei vielen Mannschaften gesehen dieses Jahr, wie die das gut regeln dann. Wenn sie merken, okay, spielerisch sind wir unterlegen. Oder Barney, als Fan, wie würdest du das sehen? Als Fan von Werder Bremen würdest du wie ein Schlag ins Gesicht, oder? Ja, absolut, absolut. Aber ich wäre als Fan, wenn ich Fan von Werder Bremen wäre, was ich ja nicht bin, wäre ich schon, wie der Baumi vorhin schon angesprochen hat, einfach mit den Transfers wäre ich schon unzufrieden. Also wenn man sich die Mannschaft mal anguckt, was hat man da noch für richtige Bremer drin? Also da ist vielleicht noch ein Clemens Fritz als Kapitän und ein Aaron Hunt und dann war es das. Guckt euch mal die Leute an, was da für Leute aufgestellt werden. Also die hat man alle, was ist denn das? Das ist einfach auch eine Mannschaft, die ist einfach auch nicht stärker als ein unteres Mittelfeld. Also ich denke, da muss man sich die Ziele mal ein bisschen neu überdenken, weil ich glaube, vor der Saison, wenn mich nicht alles täuscht, hat der Robin Duck gesagt, hey, wir wollen Euroleague angreifen. Wollen sie alle vor der Saison? Ja, und guckt er das mal an. Also die Mannschaft ist nicht stärker. Ich sehe die nicht stärker als eine Mannschaft, wenn ich jetzt mal kurz einen Blick auf die Tabelle werfe, die sind nicht stärker als Frankfurt, als Hannover. Das ist mittlerweile einfach eine Mannschaft, die dümpelt in der unteren Tabellenhälfte rum und da müssen sich die Fans auch irgendwo jetzt mal mit anfreunden. Also die sind von der Qualität her einfach auch nicht mehr stärker. Ja, es geht so ein bisschen unter, dass die Bayern natürlich sieben Tore geschossen haben. Man schaut so von einer Perspektive, sagt sich so, gibt es sowas überhaupt noch im Fußball? Letztes Jahr haben wir es gesehen mit Hamburg 9-2-2, die kommen ja erst nächste Woche zu den Bayern wieder. Danke, Wergi. Vielen Dank. Dankeschön für die Erinnerung. Achso, bist du Hamburg-Fan, ja? Ich bin Hamburg-Fan, ja. Im Herzen bin ich auch, ich habe Sympathie für Hamburg. Fan jetzt nicht, aber Sympathie, starke Sympathie. Aber so muss ich ganz ehrlich sagen, das war von der Vorstellung her, wie sie sich da abgeschlachtet lassen haben, genau das gleiche wie Hamburg letztes Jahr. 1-1. Von der Körperhaltung, von dem Laufpensum, von der Breite auch mal nach hinten zu gehen, sich dann auch mal mit zwei Mann auf den Ribéry zu gehen. Also, da fehlt ja vieles. Also, da fehlt es ja an allen Ecken und Enden. Natürlich, man muss sehen, die hatten wieder einen schönen Sahnetag gestern, die Bayern. Da liefen dann auch viele Sachen gut. Haben ja sogar noch ein paar Tore liegen lassen, die sie hätten schießen können. Ja, also, wie ist es? Okay, Bayern, Bremen, ja, die Schere, wir kommen ja noch ein bisschen drauf zu sprechen. Ich würde ganz gerne nochmal den Spieltag noch so ein bisschen, ein Stückchen weiterbringen. Mal zu Schalke. Das ist ja die nächste Baustelle, die geht ja gerade so weiter. Wo sortiert ihr Schalke ein? Barney, fang du mal an, bitte. Also, ich sehe die Schalker rein qualitativ, vom Kader her, eigentlich so auf einer Position, wo sie momentan stehen. Also, so im Kampf um Platz vier. Ich meine, die haben jetzt zwar sieben Punkte tabellarisch gesehen, Rückstand auf Gladbach, die übrigens eine herausragende Saison meiner Meinung nach spielen bis dato. Aber rein von der Position her sind sie da ganz gut angesiedelt, würde ich jetzt mal behaupten. Allerdings geht es da momentan ja gut ab um Jens Keller. Ja, also, das ist ja schon auch öfter im Gespräch gewesen letztendlich. Aber man merkt meiner Meinung nach auch den erstklassigen Huntelaar, der mittlerweile fehlt. Also, der war ja früher, was der Buden gemacht hat, wie der gekommen ist damals. Und irgendwo kann es einfach ein Schalei oder ein Boateng, den ich eigentlich gar nicht im Sturm sehe, irgendwie nicht ersetzen. Also, da fehlt vor allem, finde ich, ein bisschen die Qualität dann letztendlich auf der Stürmerposition. Haben wir ja eben schon angesprochen bei Dortmund. Und einfach dieser Backup-Stürmer, der gute Backup-Stürmer, der fehlt. Schalei, gut, eine schöne Saison gespielt letztes Jahr in Mainz, glaube ich. Und dann nach Schalke geholt. Aber wenn dann eben mal so ein Huntelaar ausfällt, wenn der in Topform ist, der kann eine Mannschaft schon nach vorne bringen. Aber ansonsten qualitativ von der Gesamtheit her ist eine ordentliche Bundesliga-Mannschaft. Sehe ich absolut da oben auf Platz 4, 5, wo sie momentan stehen. Also, rein tabellarisch dürfte es da eigentlich gar nicht so viel Grund zu meckern geben, wie ich finde. Ja, ja, Baumi, Keller, muss er gehen oder bleibt er über die Champions-League-Partie gegen Basel hinaus? Oder was sagst du? Also, ich muss erst mal sagen, mir tut der Mann leid, wirklich. Also, was der alles abbekommt, das ist, glaube ich, der Trainer, der am meisten immer auf die Nase kriegt. Egal, was er macht, der bekommt es sogar noch einen mitgegeben, wenn die gewinnen. Vor allem ist es ja auch ein Trainer, der jetzt nicht, sag ich mal, gekommen ist, um zu siegen. Muss man ja auch wieder sehen. Es war ja die, er kam ja als Interimslösung und wurde dann, sag ich mal, implementiert als Trainer der Mannschaft. Also, das ist ja, das geringste Übel wurde ja gewählt, glaube ich. Also, die haben ja gar keinen Trainer gefunden gehabt oder haben auch keinen geholt oder keinen mehr angefragt, sondern haben den Interimstrainer einfach übernommen. Und dann hat er so wenig Kredit und so wenig Lobby. Klar, weil er keine Lobby hat bei den Leuten, weil er keine Erfolge vorzuweisen hat im Probi-Fußball. Wie du sagst, es ist die ärmste Sau zurzeit. Genau, und ich finde auch, der macht keine schlechte Arbeit. Der wurde ja ins kalte Wasser geschmissen, musste letztes Jahr auch Champions-League spielen mit der Mannschaft, hat sich da durchgewurschtelt, ohne Erfahrung. Und was soll er machen? Ich meine, wie gesagt, Hünteler, hat der Bani schon gesagt, der fehlt halt vorne. Ich finde schon, dass Boateng die Qualität hat, vorne zu spielen. Hat auch in Mailand gezeigt. Die zwei Jahre, wie heißt das? Drei Jahre, zwei Jahre da gewesen ist. Und sei denn, ich bin da so ein bisschen nachsichtig immer mit Stürmern, die neu im Verein sind. Dass du teilweise einfach mal ein bisschen Anlaufzeit brauchst. Und natürlich in so einer Situation, man kann das nicht erwarten, dass der jetzt die Kornos und Feuer holt. Und dann hängt natürlich wieder am Trainer. Aber was soll er denn machen? Meiner Meinung nach stellt er die beste Mannschaft auf, die er hat. Und das klemmt teilweise bei Schalke auch einfach hinten. Sie sagen ja auch teilweise, sie haben keinen, es ist kein, ich muss sagen, auch bei Schalke finde ich, es ist kein System erkennbar. Es gibt Mannschaften in der Bundesliga, die können von mir aus, die sind noch schlechter aufgestellt, was das jetzt Personal angeht. Aber bei Braunschweig sehe ich ein System, wenn die auflaufen. Bei Augsburg sehe ich ein System, wenn die auflaufen, wenn die vorwärts gehen. Bei Mainz, wenn Tuchel das irgendwie auf die Kette kriegt, dass die Jungs mal wieder auf ihn hören, sieht man eigentlich auch immer ein schönes System. Aber das sieht man bei Schalke irgendwie gar nicht. Dass man sagen würde, okay, da ist der Dreh- und Angelpunkt, ist entweder Draxler oder Boateng. Sobald es über die Mittellinie hinausgeht, habe ich immer das Gefühl, bei Schalke wird es nur noch individuell. Du bist gerade frei, du kriegst jetzt den Ball und dann bist du gerade frei. Und dann passiert aus Juxendollerei, kommen halt mal die Tore, weil dann doch ein bisschen klasse im Kader ist. Durch einen Draxler, durch einen Meier, durch einen Boateng. Oder man Schalei, der den Fuß und Dommel oder den Kopf reingehalten kann. Aber dass ich wirklich sage, da geht es systematisch dann auch mal nach vorne. Und das zeichnet ja eigentlich so einen Top-Klub, wie sie sich ja finden. Da komme ich gerne mal drauf zu sprechen. Das zeichnet ja so Top-Mannschaften eigentlich aus, dass man sagt so, jetzt sind sie über die Mittellinie oder da, pass mal auf, wenn die jetzt so loslegen, dann geht es vorwärts. Aber das sehe ich da überhaupt nicht. Und das ist doch Sache des Trainers eigentlich. Im Prinzip schon, ja. Obwohl ich es halt, wie gesagt, nicht schlecht finde. Er baut jetzt den Meier ein, wirklich, der auch nicht viel Erfahrung hat. Aber das zeigt eigentlich schon, er kann wirklich damit umgehen. Also mit den Jungs. Also er hat da wirklich ein klares Ziel. Er möchte mit der Mannschaft, sagen wir mal, er möchte die Jugend voranbringen. Und er kennt auch wirklich die Talente, die wirklich reinkommen. Er ist ja Jugend, er kommt ja aus der Jugendabteilung. Es sind ja wahrscheinlich, ich bin mal ein bisschen polemisch und sage, wahrscheinlich sind auch die Einzigen, die auf ihn hören, weil sie auch noch nichts erreicht haben. Das wäre jetzt mal ganz krass. Also einen Boateng zu führen oder einen Hundelaar, der eine feste Größe auch in Holland ist und noch ein paar andere im Kader. Das ist dann, glaube ich, wenn du da aus der D-Jugend kommst und noch nicht die richtigen Worte beim Profi-Club mal gefunden hast. Ist das vielleicht ein Thema, dass die einfach nicht auf ihn hören oder das einfach belächeln? Mit wem hat er da einen Streit gehabt? Mit dem Sokratis noch unter der Woche? Nee, heißt der Sokratis, das ist ja von Dortmund. Ich komme jetzt gar nicht drauf. Santana? Nee, auch nicht. Der andere Grieche. Ich glaube, Grieche ist es. Papa Lopoulos. Nee, 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 auch nicht. Ich komme nicht drauf. Oder ist doch kein Grieche. Auf jeden Fall hat er unter der Woche ein Disput mit ihm. Wir haben es so ein bisschen eingespielt. Natürlich wird immer viel reininterpretiert. Dann kannst du auch irgendwas in den Mund legen, was sie sagen. Man hört es ja nicht. Aber ich weiß es nicht. Also wenn ich ehrlich bin, ich bin Profi. Wenn ich mich versuche, mal da reinzudenken, so ein bisschen Fantasie spielen lasse. Ich komme von AC Mailand und bin es gewöhnt, Champions League zu spielen und stehe immer im Fokus und dann komme ich da hin nach Schalke. Natürlich ist es ein, der Klub hat Prestige, gar keine Frage. Aber mein Trainer ist dann D-Jugend und wenn er selber auch, weiß nicht, ob man das merkt. Ob man da als Profi sagt, Mensch, da habe ich ja schon mehr Ahnung. Ich weiß es nicht. Also ich glaube mal grundsätzlich so, dass er die Mannschaft führen kann, sehe ich jetzt nicht so als Problem. Man sieht es ja zum Beispiel momentan an Herrn Jefferson Verfann, der ja momentan meiner Meinung nach in einer seiner besten Form ist, was er je hatte, also was der momentan teilweise treibt, ist schon hervorragend. Also ein Verfann hat er jetzt momentan absolut da eingebaut fest und der bringt seine Leistung, was ja früher nicht so war. Da war er ja auch so ein bisschen dieser Bursche, der nicht so recht gespurt hat, wie er denn soll. Und momentan zum Beispiel, ja, Verfann einfach, der da richtig, richtig gute Leistung zeigt. Aber ich würde jetzt einfach mal so sagen, zieh mal einen Boateng auf die Position von dem Max Meier, der mit Sicherheit ein gutes Talent ist, aber vielleicht noch nicht so ganz so weit ist. Einen Boateng hinterziehen und vorne, denk dir mal den Hünteler rein und vielleicht noch einen ordentlichen Keeper hinten drin. Dann ist die Mannschaft top und kann um die Champions League mitspielen. Und ja, wenn man auf die Tabelle guckt, was wollen sie denn? Sehe ich gar nicht alles so kritisch. Das ist ja das große Problem, die Anforderungen oder, sag ich mal, die Wünsche, die Schalke hat oder die sie auch vor der Saison ausgeben, die liegen ihnen eigentlich selber im Weg. Weil, wie du schon sagst, tabellarisch stehen die gar nicht so schlecht da. Sie haben jetzt natürlich ein Endspiel gegen Basel, äh, ein Endspiel gegen... Basel, natürlich. Ja, Basel. Die haben zwar auch in London gewonnen, aber wird mir wahrscheinlich nicht einfach werden. Aber sind in der Champions League halt noch gut dabei. Ähm, wie gesagt, es läuft ja eigentlich, jede andere Mannschaft wird natürlich sagen, jetzt wenn es nicht gerade die Bayern sind oder Dortmund oder so, aber ich würde sagen, Mensch, wir würden super gerne tauschen, wie es läuft. Aber eben von außen der Druck und dieses Mediale. Und anscheinend kommen die mit dem medialen Geschichten und mit dem Druck an sich nicht klar, dass sie dann so einen Fass aufmachen. Oder Schalke macht ja das Fass gar nicht auf, aber sie geben sich diesen Diskussionen. Mich wundert das sowieso. Ich habe gestern das gesehen. Das Interview wurde dann wieder geführt mit dem Keller vor dem Spiel und nach dem Spiel. Und ständig wurde gefragt von dem Scheiß-Redakteur, der ging mir auf, sagt er, ich habe zu dir was anderes gesagt, stellt sich hin da und fragt ihn dann vor dem Spiel, ja, reden Sie dann mit dem Eichin? Und er so, ja, wir reden jeden Tag über das Wetter und was weiß ich was alles. Und wie lange sind Sie denn noch Trainer? Bleiben Sie über die Winterpause oder gehen Sie jetzt weg? Und er hat immer beantwortet, ja, fragen Sie die Leute. Und das Gleiche hat er nochmal gefragt bekommen, nach dem Spiel, da haben Sie wieder verloren. Ich hätte auch mal als Trainer, so als Typ, wenn ich jetzt einen Typ wieder kelle, dass der mal sagt, Mensch, du gehst mir auf den Sack, Alter, du stellst mir nur die gleichen Fragen, aber wirklich mal so. Dann würde er auch mal anders wahrgenommen werden, aber er krummelt sich da immer irgendwie außenrum und das wird dann auch irgendwie so aufgesetzt. Und dann merkt man, okay, da hängt schon der Haussegen schief auf Schalke. Obwohl ja die Tabelle, wie ihr sagt, das gibt es ja gar nicht her eigentlich, das Fass aufzumachen rund um die Geschichte da. Nur weil man nicht Erster ist, ich meine, da sind nun mal die Bayern, die sind eingespielt, die sind Trippelsieger. Und dann kommen halt sehr stabile Leverkusener und eben natürlich der Erzfeind Dortmund, ne, klar. Ich weiß es nicht. Wird mehr Trara gemacht, vielleicht auch von den Medien, von Schalke selber gar nicht. Ja, sehe ich auch so. Was man vielleicht nur abschließend sagen kann, also das ist ja das, was ich ganz am Anfang gemeint habe, aber man lässt den Mann einfach nicht arbeiten. Der macht ja gar nicht schlechte Arbeit. Wenn Schalke mit dem Kader auf Platz 13 steht oder 14, okay, sofort habe ich Verständnis dafür. Aber ich sehe da wirklich ein Konzept hinter. Er versucht es ja wirklich mit den jungen Spielern, wenn man auch mal guckt. Der Jones sitzt draußen, ne. Der Jones ist ein Spieler, der hat einen eigenen Kopf, ne. Der hat auch einen Mund, der, sagen wir mal, das sagt, was er denkt. Der ist draußen. Wenn er das spielerisch umsetzen könnte, wäre das ja kein Problem. Aber kann er ja nicht. Wenn ich mir die letzten Vorstellungen von ihm angeschaut habe, auf dem Platz ist das Problem. Ich kann die größte Fresse im Fußball haben. Ich kann, keine Ahnung, ich kann mich selber Gott nennen, wie der Ibra Kadabra. Aber er muss es natürlich auch auf dem Platz zeigen, ne. Ja, das ist es ja. Er macht es ja damit wahr, ne. Er sagt, du bist ein Spieler, du hast deine Leistung gebracht früher, jetzt nicht mehr. Du sitzt draußen. Egal, was du, sagen wir mal, erzählst und was du für ein Standing hast normalerweise, was du dir selber, sagen wir mal, so vorstellst, ne. Und dafür setzt er dann halt Spieler ein, die aus der Jugend kommen. Wie Maja, der steht da vorne drin. Und so weiter. Und ja, gut, man muss halt einfach mal gucken, diese ganze Geschichte von den Medien. Klar, der Keller stellt sich vielleicht nicht immer wirklich gut dar. Aber das ist einfach auch dann an der Zeit, dass der Horst Held da mal reinknallt. Und man sagt, jetzt haltet mal die Fresse, hier, geht mal weg mit euren Scheiß-Mikrofonen, mit euren Kameras, was weiß ich was. Ja, so einbrauchst doch mal, oder? Und an dem liegt es. Wenn der das sagt, dann ist da ganz schnell Ruhe im Karton. Dann kann auch der Keller arbeiten. Nur solange der das nicht macht, kann man das auf dem Keller nicht arbeiten. Wie ist der, wer war denn das? Der mit den weißen Haaren, der war doch überall Trainer. Und da schießt du mich tot, ich komme gar nicht drauf. Der Lorand, genau, der Dankeschön. Der Werner Lorand, so ein Breuz auf Schalke. Der mal hingeht und sagt, er hat doch die Fresse. Und dann geht er in sein Ding und dann geht er in die Kabine, spricht mit seinen Spielern und dann geht es weiter. Aber versuchen wir mal einen Strich drunter zu machen über die Geschichte. Ich glaube, sportlich ist eigentlich, sage ich mal, alles im grünen Bereich. Ich würde noch nicht mal sagen, dass da irgendwie die Alarmglocken scheinen, weil sportlich stehen sie ja eigentlich da, wo man sie erwarten würde, auch mit dem Kader, der nicht hundertprozentig eingespielt ist, der nicht, sage ich mal, so übermäßig stark ist. Und auch mit ein bisschen Verletzungspech natürlich. Mit jungen Talenten stehen die eigentlich relativ gut da, auch in der Champions League, also im nächsten Wettbewerb. Okay, die Geschichte im DEP-Pokal, das ist natürlich krass. Aber gut, muss man es jetzt unterm Strich sagen, es ist nicht alles schlecht, was geschlecht geredet wird. Es sind auch ein paar gute Aspekte dabei. Und ja, vielleicht gibt es den Keller noch, vielleicht nicht, oder? Bani, was meinst du? Bleibt er, wir spekulieren mal. Bleibt er bis zum Winter oder geht er? Oder muss er gehen? Also das kommt jetzt auch das Basel-Spiel drauf an. Ich glaube, wenn sie da die Champions League dann vergeigen, dann wird er gehen müssen, denke ich mal. Haben wir unsere Veränderungen, ne? Ja. Bami, was sagst du? Also ich habe einfach mal, er bleibt. Also ich wünsche mir das. Also ich hoffe das und ich denke mal nicht, dass der Held da jetzt einen Schnellschuss macht. Denn er hat das schon wie früher gemacht. Also ich finde es, so als Außenstehender und nicht Schalke-Fan, fände ich es für die Belustigung sehr amüsant, wenn er gehen müsste. Dann haben wir das nächste Thema auf Schalke. Erst mit dem ZDF. Das ist ja momentan, die bringen sich ja mit allem in die Medien, ist ja unglaublich. Aber erst mal die Thematik mit dem ZDF, weil die ja wieder das Dortmund-Spiel genommen haben und zur Ausstrahlung nicht das Schalke-Spiel. Deswegen haben sie ihnen doch gar keinen, die haben doch die Schalke-Verantwortlichen, haben doch dem ZDF keine Interviews mehr gegeben, weil sie das Spiel nicht ausgewählt haben. Lächerlich, aber so ist es manchmal. Ich fände es ja, also wie gesagt, für die allgemeine Belustigung, glaube ich, wäre es ganz gut, wenn er geht. Und ansonsten müsste man vielleicht mal schauen, wenn er mal wirklich eine Saison konstant durcharbeiten darf, wie es dann aussieht. Ja, ganz genau. Und dann ein Fazit ziehen. Aber das kann man sich halt auch nicht, man kann es schon verstehen, die Verantwortlichen, das ist halt teuer. Es ist halt teuer, die Mannschaft ist teuer. Und spielt man nicht Champions League, dann kann man so einen Kader auch nicht zusammenhalten, weil dann fehlt wirklich Geld. Das ist ganz einfach so. Absolut, absolut. Gehen wir mal so ein bisschen noch weiter, wo eigentlich alle Alarmglocken schellen müssten. Ich würde ganz gerne mal Nürnberg nehmen. Oh je. Das habe ich auch noch nie erlebt. Also ich gucke schon lange Fußball, aber dass man gar nicht gewinnen kann, das habe ich noch gar nicht gesehen. Baumi, was sagst du? Ja, wenn man sich das so anguckt, auch wie die spielen. Ich meine, das sieht ja alles nicht schlecht aus. Da kommt einem ja wirklich echt alles Pech zusammen. Und vor allem der Pernilzer, der schießt ja permanent Tore und das ist ein Abwehrspieler. Der ist jetzt das zweite Jahr in Folge, glaube ich, bester Torjäger als Innenverteidiger. Und das ist einfach komplett lächerlich. Ich meine, die haben ja vorne Spieler, die es eigentlich können müssten. Kiyotake, super guter Vorbereiter und Spielmacher. Und auch jetzt mit den Stürmern S. Wein, der es leider nie zeigen kann, wirklich konstant. Mit Peck hat vorne, ist auch ein Stürmer, der kann sich durchsetzen, ist kopfbar stark. Gimsek, den habe ich in St. Pauli, hat er, glaube ich, vorher gespielt, auch eigentlich sehr gefeiert. Da kommt zu wenig einfach vorne, dass die Dinger einfach mal versengelt werden. Und vorne, ja, da muss man die Tore schießen. Und dann füllt sie hinten rein. Genau, und sie kassieren ja auch nicht wirklich viele Gegentore hinten. Das ist dann meistens so, dass das Ding 1-1 ausgeht oder sonst was. Oder 0-0 oder sonst irgendwie komisches Gezeugs. Das war ja wieder ein verschneites Freitagsspiel. Also ich muss sagen, ich will mich heute mal so ein bisschen festlegen. Ich gehe fest davon aus, wenn ich heute wetten müsste, Nürnberg steckt ab, oder? Das reicht nicht. Naja, ich hoffe es nicht, weil ich bin ja Klub-Fan. Das ist absolutes Katastrophenthema momentan für mich. Der Klub ist der Depp, sagt man doch, oder? Ja, Klub ist ein Depp. Ja. Klub ist ein Depp. Und das sind sie momentan auch. Weil ich finde einfach, seitdem Gertian Verbeek letztendlich Trainer ist beim Klub, schaut das Ganze wieder nach was aus. Also ich denke, war die richtige Entscheidung, Wiesinger rauszuschmeißen, Gertian Verbeek zu holen. Der hat ein Konzept hier reingebracht, allerdings spiegelt das Ganze halt momentan, in den Ergebnissen sieht man es noch nicht. Aber wen der Baum jetzt vergessen hat, ganz kurz, war der Josip Drimic. Der hat schon fünf Buden gemacht, ist dieses Jahr bester Torschütze. Also das ist unter anderem einer der Transfers gewesen, der den Klub, glaube ich, richtig nach vorne bringen kann. Aber eben ein Hiroshi Kiyotake, wenn der einen schlechten Tag ist, dann läuft nach vorne nichts. Also es fehlt ein bisschen die Kreativität, wenn der Kiyotake halt einen schlechten Tag hat. Dann hast du da irgendwie keinen, der mal den Ball da irgendwie in die Hand nimmt und mal hier ein bisschen antreibt. Weil ein Mike Franz im defensiven Mittelfeld ist nichts. Ein Hasebe hat nicht eingeschlagen irgendwie. Also ist alles ein bisschen schwierig. Aber man muss halt einfach auf die Rückrunde pokern. Letztendlich einfach mal gucken, wenn der Verbeek da mal Zeit hat in der Winterpause. Seinen Stiefel da mal schön einzutrainieren, weil das war natürlich, der wurde natürlich auch total ins kalte Wasser geschmissen. Die standen scheiße. Der dachte, wo kommt der denn hin? Der hat doch irgendwie noch erzählt oder sie haben es so ein bisschen gezeigt. Er war eben noch eine, am Donnerstag war er noch in so einem Eiskaffee in Holland irgendwo gesessen. Und eine Woche später steht er vor der Tribüne in einem Klub und muss sich anhören, wie scheiße er ist. Also das ist auch eine Scheiß-Situation. Ja, sechs Spiele ist er jetzt da, ne? Sechs Partien. Sechs Partien und ich glaube, zwei Punkte haben sie geholt oder drei. Also dürften drei Unentschieden gewesen sein, weil an sich haben sie ja erst sechs Mal verloren, ne? Was ja an sich gar nicht mal so schlecht ist. Aber sie spielen halt einfach zu oft Unentschieden und gehen einfach, wenn sie mal in Führung gehen, verkacken sie es. Was allerdings bewundernswert ist, wenn sie hinten liegen, kommen sie oft zurück. Was ja auch irgendwo eine Qualität ist. Also es ist irgendwo Qualität da. Ich persönlich habe den Klub vor der Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz rein von der Qualität vom Kader gesehen. Also was die geholt haben. Absolut war ich sehr zufrieden. Ich habe auch gesagt, der ist relativ erwachsen, der Kader. Also auch gereift. Also da waren jetzt nicht so. Aber das hat bei Nürnberg ja nicht viel zu heißen. Die haben sich ja immer durch diese Top-Talente, die sie irgendwie hervorgebracht haben, sag ich mal, in so einen richtigen Rausch gespielt haben, wenn die dann wirklich losgelegt haben. Wo man aber auch wusste, nächstes Jahr ist der ja nicht mehr da. Ja gut, aber die hat man ja auch diese Saison noch. Marvin Plattenhardt zum Beispiel, der hat sich jetzt durchgesetzt letztendlich gegen den alten Javier Pinola. Hat seinen Vertrag bis 2017 jetzt verlängert. In so einer Situation. Also das ist eine Type. Der wächst zu einer Type ran. Und ja, an sich, ich hoffe als Klub-Fan einfach mal auf die Rückrunde, dass der Ferbek da in der Winterpause jetzt ordentlich da was reinschweißt in die Köpfe bei den Burschen. Und dann kann man nur hoffen, dass sie so eine Rückrunde spielen, wie vor ein, zwei Jahren der FC Augsburg, wo sie, glaube ich, 25 Punkte oder so geholt haben. Letztes Jahr. Oder letztes Jahr, genau. Also auf sowas kann man hoffen, aber wenn es auf jeden Fall so weitergeht, dann werden die zusammen mit der Eintracht aus Braunschweig da in Liga 2 wandern. Irgendwer, irgendwer muss absteigen. Ja, leider ist es so, aber Nürnberg tut gerade durch, dass sie eben nicht gewinnen, ja fast alles dazu, damit es so wird. Ist ärgerlich. Okay, liebe Leute, für uns ein kurzer Break. Wir gehen mit dem nächsten Thema dann auf die WM-Auslosung und ich denke mal, da haben wir auch ein bisschen was zu erzählen, oder? Ja, absolut. Also, dann, ich weiß nicht, ob ich jetzt ein bisschen Musik reinhaue oder sowas, zumindest machen wir mal einen kurzen Break. Alles klar. So liebe Leute, da sind wir wieder. WM-Auslosung ist unser nächstes Thema. Ja, Fußball-WM 2014. So langsam wird es schon ein bisschen warm, oder, Baumi? Klar, WM ist immer so eine Geschichte. Damals noch die WM 90, da hat es bei mir angefangen. Das ist teilweise immer so schade, dass es vier Jahre dauert, aber wir können das ja immer so ein bisschen mit der Euro rüberbrücken. Aber das ist immer so ein ganz special feeling, würde ich mal sagen. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Also, bist du auch so jemand, der die Sachen denn sammelt, so in diesem Sticker-Häftchen und sowas? Aber die Panini, die Panini. Ja, genau. Das war so geil damals. Die WM 94 habe ich, glaube ich, damals komplett gehabt. Aber das hat dann halt mit der Zeit immer so ein bisschen abgenommen. Also, wenn man älter wurde. Aber damals habe ich das echt so gefeiert. Da bin ich teilweise, ich habe teilweise da im Supermarkt gekämpft oder was weiß ich, fast gewohnt mehr als zu Hause, dass ich diese Stickers da irgendwie haben konnte. Da gab es auch mal eine Phase, da gab es die ganzen Bundesligisten auf den Cola-Dosen. Richtig, die habe ich sogar, glaube ich, immer noch stehen. Das war auch in den 90ern, so 93, auch 94, sowas in die Richtung rum. Und die habe ich bei mir auch alle gestapelt, aber die waren nicht ganz ausgetrunken. Und ich war damals ja noch jung und da hat man die Sachen ja nicht ausgewaschen. Dann hat man sie einfach so getrunken und aufgestellt. Dann hat das angefangen zu riechen. Alte Cola. Die war rar, ganz nett. Bis sie dann von der Mutter wurden sie dann einmal entsorgt. Da war natürlich das Trara groß. Barney, wie sieht es bei dir aus? Du bist ja nochmal eine ganz andere Generation. Du sammelst dann im Food, im FIFA-Ultimate-Team, alle. Ja, genau. Wie ist die Vorfreude? Wie macht sich das bei dir so ein bisschen bemerkbar jetzt schon? Hast du schon ein bisschen Pläne? Ich hänge ja, Beispiel jetzt, bei mir hängt ja jetzt schon fast ein halbes Jahr die Brasilien-Flagge, die ich schon aufgehängt habe, um so wirklich immer daran erinnert zu werden. Mensch, Brasilien, bald geht es los. Also ich bin da nicht ganz so extrem. Also bei mir fängt es dann immer so ein, zwei Monate vor so richtig an. Also ich habe natürlich auch mit großen Augen die Auslosung angeguckt, ganz klar. Aber so richtig die Vorfreude aktuell kann ich eigentlich noch nicht so ganz verspüren. War auch früher übrigens so ein kleiner Panini-Sammler. Nee, aber das geht dann erst nächstes Jahr richtig los. Da wird dann jedes Spiel schön in Public Viewing in der Stadt oder irgendwo angeguckt. Ich denke mal, ich werde auch heuer oder nächstes Jahr, wenn es dann soweit ist, bestimmt mal vielleicht noch nach Nürnberg oder so drüber fahren, wo das Ganze mal im größeren Stil durchgezogen wird. Ja, zumindest die 18-Uhr-Veranstaltungen, die werden schon so stattfinden. Die 0-Uhr-Spiele, das ist natürlich dann schwierig, aber 18 Uhr, ich glaube 22 wird auch ein bisschen schwierig, dass da noch ein Public Viewing gemacht wird. Aber gut, da fühlt sich an Brasilien. Das ist auch so ein Thema, da habe ich letztens gerade so lachen müssen. Und zwar geht das so in Richtung, das muss ich ein bisschen den Macho raushängen lassen, aber es ist nun mal leider so. Viele Frauen, die sich durch die WM 2006 und die EM und die WM in Südafrika, das war ja alles immer auf einer Zeitzone gelegen. Und dann haben die so in den letzten, ja, das sind ja schon fast zehn Jahre, das Gefühl, dass die WM immer so stattfindet mit Public Viewing und sowas. Das war ja einmalig, dann bei 2006 war es zum ersten Mal so krass. Und dann durch die WM in Afrika und auch die Europameisterschaften zwischendrin, die immer recht groß, sage ich mal, mit viel Publikum abgelaufen sind, hat man irgendwie das Gefühl gekriegt, so in den letzten zehn Jahren, dass das immer so ist in den Uhrzeiten. Jetzt sind sie so ein bisschen vorm Kopf gestoßen, da waren wir Fußball gucken, was haben wir denn da geschaut. Ach, Dortmund Bayern war ich in der Kneipe, genau. Und da hat einer gesagt, oh, da freue ich mich schon wieder auf Public Viewing. Da muss ich so ein bisschen schmunzeln. Da habe ich gesagt, du weißt schon, dass die Spiele teilweise um 0 Uhr sind. Wieso um 0 Uhr? Da hat doch keine Stadt mehr auf. Und dann war es so. Das hat sich dann so ein bisschen noch hingeschaukelt, so müssen wir ihr dann erklärt haben, dass das ja in Brasilien stattfindet, in einer anderen Zeit. Sie hat das schon verstanden, aber sie hat das gar nicht so im Kopf wahrgenommen gehabt im Vorfeld, dass das eben nicht immer so ist, das mit den Public Viewing. Und ja, finde ich auch schön zu sehen. Ich bin so jemand, um nochmal ein bisschen auszuweiten, ich bin so jemand, der immer schon die Gruppen auswendig gelernt hat. Jetzt noch nicht direkt, aber dann zum Saisonstart hin, also wenn dann die WM anfängt, wenn man dann nämlich gerade bei, also früher war es ja auch noch so, da war man so ein bisschen in engeren Kreis gesessen. Jetzt 2006 war ja schon extrem krass, aber gerade 2002, weiß ich noch, da war das immer morgens, die Spiele. Und da waren wir immer in so einem kleinen Café. Ich war damals noch in der Berufsschule und ein Kumpel auch. Und dann sind wir von der Berufsschule morgens weg und sind dann immer in dieses kleine Pub rein. Und da waren dann ein Haufen Leute gesessen und so. Und dann freut man sich halt, wenn man da drinnen sitzt und dann viel Ahnung hat, also viel auswendig gelernt hat und jeden Spieler kennt und die ganzen Gruppen kennt, wer mit wem spielt, wie viele Punkte die haben. Und ja, ich bin da ziemlich fanatisch gewesen immer. Ja, und du, Warni, was hast du gesagt? Was machst du? Du brauchst noch ein bisschen, ne? Bei dir dauert es noch ein bisschen. Ja, ich brauche noch ein bisschen. Das fängt bei mir immer erst so einen Monat, zwei Monate davor an, dass ich mich da richtig drauf freue. Da kommen natürlich dann auch die ganzen Vorbereitungen. Was macht man so? Vielleicht auch auf den Kanälen, ne? Also ist ja ein ganz, ganz interessantes Thema. Und ich denke, da werden wir auf jeden Fall den Talk können wir da auch richtig geil dazu machen. Also da freue ich mich jetzt im Vorfeld schon drauf, wenn wir dann soweit sind letztendlich. Ich darf schon mal an der Stelle ankündigen, Leute, da wird es sehr, sehr viel live geben. Das kann man schon mal soweit sagen. Also wer jetzt sich schon ein halbes Jahr Vorfreude erlauben möchte. Aber ist ja klar, das werden wir feiern. Ich meine, das ist ein vierjähriges Event, wie Baumi schon sagt, alle vier Jahre. Und ich finde es auch schön, dass es so ist, alle vier Jahre. Wer es zu kurz hintereinander, ich glaube, dann wird es auch einen Reiz verlieren. Ja, sehe ich auch so. Auf jeden Fall richtig, ja. Gehen wir mal ein bisschen, wie gesagt, Freitag war die Auslosung. Ja, mal Hü, mal Hott. Wenn ich drunten unter den Strich würde ich sagen, Deutschland hat es uns ganz gut erwischt. Aber wir gehen mal so ein bisschen durch. Fangen wir mal mit Gruppe A an. Tabellenkopf war natürlich Brasilien als gesetzte Mannschaft. Dann haben wir da Kamerun, Kroatien, Mexiko. Baumi, wie siehst du das? Tja, im Prinzip würde ich jetzt sagen, das ist irgendwo natürlich eine Geschichte. Brasilien ist ganz oben. Das ist Gruppenerster, Sieger. Das glaube ich auch, dass es so eintreffen wird. Und dann kloppen sich halt die anderen drei um die Plätze. Ich würde jetzt mal sagen, Kroatien mit einer relativ jungen Mannschaft. Mexiko genauso. Und Kamerun, ja, Gott, Samuel Eto'o. Aber sonst mehr fällt mir dazu eigentlich nicht ein. Also für mich ist es eigentlich dann ein Zweikampf zwischen Mexiko und Kroatien, würde ich sagen. Um zwei Platz zwei. Also ich genauso. Kroatien, wenn die mal in die Spur kommen, ist es immer eine gefährliche Mannschaft. Es haben wirklich sehr, sehr viele erprobte europäische Topstars in ihren Reihen. Und Mexiko, neben Chicharito fällt mir da auch nicht viel ein. Ist ja so der Halbgott da bei denen. Ich muss sagen, also wenn ich jetzt tippen würde, Brasilien auf eins und Kroatien auf zwei. Barney? Ja, kann ich nichts hinzufügen. Sehe ich genauso. Okay, gehen wir dann haben wir ja Fixie durch hier. Super. Gruppe B. Ja, das ist so ein bisschen, ich würde mal sagen, deadly, ne? Australien? Gut. Chile, Holland und Spanien. Das ist die Neuauflage des Europameisterschaftsfinals. Was meint ihr, Baumi? War das nicht WM-Finale sogar gewesen? Holland, vorbeinschlagen können. Ist das gut oder eher schlecht? Ich weiß nicht. Ich glaube, das bringt auf jeden Fall Spannung. Und da ich davon ausgehe, dass beide weiterkommen, macht das eigentlich nichts. Ich denke mal, Chile, Australien, das ist einfach nur noch so ein bisschen Sparringspartner, so ein bisschen Trainingsspiele, ne? Boah, du, bei einer WM hat ihre eigenen Gesetze und ich würde jetzt drei Euro da ein Schwein reinwerfen, aber Australien hat auch in den letzten großen Turnieren gar nicht so schlecht ausgesehen. Bani, was meinst du? Ja, grundsätzlich sehe ich da eigentlich kein allzu großes Problem für Holland und Spanien, dass beide weiterkommen. Also, ich denke mal, im Normalfall, wenn alles nach Plan A läuft, dann sollten die beiden eigentlich weiterkommen. Chile, Australien machen dann den dritten Platz aus, was letztendlich ja wurscht ist. Aber, ja, für eine Überraschung wäre es auf jeden Fall eine geile Gruppe. Also, wenn da einer von beiden rausfliegen würde, also Niederlande oder Spanien, wäre natürlich ein geiles Ding. Aber, letztendlich glaube ich jetzt dann nicht unbedingt, dass es in der Gruppe eine Überraschung gibt. Weil es bei der, ich sag mal, bei den beiden Mannschaften, gerade Holland und Spanien, das sind halt auch so zwei Mannschaften, die sind bestickt mit Topstars, also mit richtigen Superstars. Da ist nicht nur einer dabei, der ein bisschen schneller läuft als der Rest, sondern da sind gleich mehrere am Start. Und, da glaube ich auch, Spanien darf man ja jetzt wirklich noch immer noch zu den Favoriten dazu zählen. Und Holland, so wie sie gespielt haben in der, in der Qualifikation, das wird auch eine heiße Pflaster. Dann natürlich mit, mit Louis van Gaal, das Firebeast, also das wird natürlich auch richtig spannend stolpern, denke ich mal, könnte man bei Schiele, weil die so ein bisschen auch mit den klimatischen Bedingungen, denke ich mal, vertraut sind da in Südamerika, Australien. Ja, man weiß es nicht, wenn sie anfangen zu stolpern, wird es richtig spannend, wenn eine Mannschaft sagt, hier kommt nur ein 1-1-2 raus oder so. Was passiert dann? Dann gibt es nochmal, gibt es eine Eigendynamik vielleicht, dass dann doch eine, eine Außenseite nochmal Gas gibt. Guti, Gruppe C, und jetzt haut sich bei mir gleich noch Werbung hier mit rein, schön, helfen bei den Küsten, Griechenland, Japan und Kolumbien. Das ist so, so eine Gruppe, nicht zum Vergessen, oder? Ich wollte gerade sagen, das Elend der WM in den Gruppen, so ein bisschen das Slum, Slum-Gebiet, ja, soll er natürlich nicht irgendwie die ganzen hier runterputzen. Ich meine, die haben sich qualifiziert, die haben es verdient. Europameister 2004. Ja. Also ich meine, Japan, ich mag ja Japan, ich mag japanischen Fußball, eigentlich ganz gerne japanische Spieler. Da sehe ich eigentlich auch nicht das Problem, dass die sich da durchsetzen können. Elfenbeinküster, das ist genau wie mit Kamerun, eigentlich man kennt nur Didi Drogba, so ein bisschen, ne? Und der läuft ja auch nicht mehr auf allen Zylindern. Ja, das ist es. Und gut, Kolumbien sind froh, dass sie dabei sind, das ist es aber auch, glaube ich. Mit Radamil Falcao, ansonsten, ja, sehr viele einheimische Spieler, glaube ich, dabei. Das Schöne ist halt, in jedem Team sind so ein bisschen, gerade bei Elfenbeinküster, Kolumbien, da sind so wieder zwei Mannschaften, die so ein bisschen geprägt sind von den Superstars. Und dann hast du wirklich zwei hoch taktisch versierte oder sagen wir auch sehr disziplinierte Mannschaften. Gerade Japan ist furchtbar diszipliniert. Und Griechenland hat man gesehen, was man mit Disziplin und Taktik erreichen kann, jetzt vor ein paar Jahren, vor zehn, genau. Genau, und einem Otto-Handler-Transferlinie. Ja, ist grundsätzlich von den Namen auf jeden Fall, die Gruppe C, rein von den Namen her, die schlechteste Gruppe, würde ich jetzt mal so in den Raum werfen. Also, finde ich jetzt trotzdem irgendwie auch spannend zu beobachten, wer sich da durchsetzen kann. Weil da können es meiner Meinung nach, wenn es, da kommt es auf die Tagesform drauf an. Also, da kann wirklich nahezu jede Mannschaft sich durchsetzen. Wobei Kolumbien vielleicht die eher schlechtesten Karten hat. Aber ist grundsätzlich bestimmt eine spannende Gruppe, wer sich da durchsetzen kann. Also, ich tippe jetzt einfach mal auf Japan und entweder Griechenland oder Elfenbeinküste, da bin ich noch ein bisschen unschlüssig. Aber, wie gesagt, ich finde ja so, Mannschaften, wie du sagst, Kolumbien, schlechtesten Karten, klar von den Einzelakteuren sicherlich. Ich würde aber diese Thematik mit den klimatischen Voraussetzungen gar nichts außer Acht lassen. Das hat schon, insbesondere bei Bolivien ist es krass. Gut, wir spielen jetzt nicht in Bolivien, aber da sagt man ja so, da sind die Bolivianer, da fällt Brasilien häufig hin und kriegt auf den Sack, weil die da einfach mit der dünnen Luft nicht klarkommen. Genau, Ecuador ist auch so ein Fall. Genau. Und ich denke mal auch, wir werden auch noch mal ein bisschen da auf die Temperaturen zu sprechen kommen zum Schluss, aber ich würde mal so, die Mannschaften oder die Länder natürlich, die Nationalmannschaften, die so auf dem Kontinent beheimatet sind, würde ich mal nicht ganz so extrem abschreiben und nur auf die individuelle Klasse jetzt beschränken. Aber wie ihr schon sagt, da ist alles drin. Da ist alles drin. Ich denke, aber spätestens dann im Achtelfinale ist, für jede der Mannschaften hier aus Gruppe C ist dann erst mal Feierabend. Ja, gibt es nichts hinzuzufügen, glaube ich. Gruppe D. Ja, ist ja ganz lustig. Costa Rica haben wir ja gute Erfahrungen 2006, aber dann kommt noch England, Italien und Uruguay. Drei Weltmeister in einer Gruppe, obwohl man den einen Weltmeister ja so ein bisschen mit dem Augenzwinkern betrachten darf. Nämlich Uruguay, das ist ja schon ein Jahrhundert her. Barney, was sagst du? Ja, grundsätzlich auch eine der mit stärksten Gruppen, wie ich finde. Also Uruguay, glaube ich, war ja auch in irgendwas EM. Nee, EM kann es nicht gewesen sein. WM, glaube ich, waren es im Spiel und Platz drei, oder? Genau, beim Zehner, glaube ich, war es. Beim Zehner. Also das ist wirklich eine Mannschaft, die rein vom Namen hat man die vielleicht nicht so auf dem Zettel, aber die haben schon auch was auf dem Kasten. Und man hat es ja in England gesehen, was sind denn die eigentlich noch? Also ich denke mal, ich sehe da Italien als Favorit letztendlich, weil sie einfach so taktisch diszipliniert sind. Und die können sich da, glaube ich, auf jeden Gegner hervorragend einstellen. Also kommt dann da letztendlich so ein bisschen Zweikampf, glaube ich, zwischen England und Uruguay, Costa Rica, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass ich die da irgendwie durchsetzen kann. Aber das ist auch eine ganz, ganz heiße Gruppe, wie ich finde. Baumi? Tja, für mich die Todesgruppe überhaupt. Überhaupt. Also ich meine, England, wir haben gerade gefragt, was ist England? Für mich ist es schlechtes Essen und Nebel. Ja. Fußballerisch nicht mehr so viel. Und für Regen. Genau, entweder Nebel oder Regen, genau richtig. Costa Rica, ja, logisch. Vierter Platz, das wird sich, glaube ich, auch nicht ändern. Aber, ja gut, die Engländer, die tun sich ja gerne mal schwer, vor allem, wenn sie das Spiel machen müssen. Und gegen Italien, da tut sich jeder schwer. Und Uruguay ist eine Mannschaft, die gehen sehr nach vorne. Suarez, Luis Suarez zum Beispiel. Und der wird die Abwehr ordentlich beschäftigen. Wenn Uruguay führt gegen England, dann bin ich gespannt. Dann bin ich wirklich gespannt, was die dagegen setzen können. Auch wieder die Thematik, die haben diesmal auch gute Talente mit drin. Gute Spieler und sind eben wieder auf dem Kontinent beheimatet. Und geben sich ja regelmäßig da in den kontinentalen Cups auf Länderebene, ja, immer den Riss mit Brasilien, Argentinien. Also, das ist nicht zu unterschätzen. Absolut. Ja, wie ihr schon sagt, England spielt nationalmannschaftstechnisch gesehen schon seit Jahren keine große Rolle mehr. Ist auch einfach dieser Inkonstanz geschuldet, dass da einfach nichts richtig Gutes nachkommt, wo man sagt, Rooney geht ja schon bald auf die 30. Und der war zur WM 2002, glaube ich, war das erste Mal dabei mit 19 oder so. Und da war das ein Burner. Das ist das letzte große Jugendtalent. Sicherlich kommen jetzt ein paar und holen noch und zaubern noch irgendwelche aus den Hüten. Aber auf dem Niveau, wo Rooney damals mit 19 schon eingeschlagen ist, da sind sie ja weit von entfernt. Und demnach sehe ich da auch wirklich für England nach Italien auf Platz 1 und Uruguay auf Platz 3 dann letztendlich England. Jo. Gut. Gehen wir mal weiter. Ecuador, Frankreich, Honduras und Schweiz. Da müssen wir gleich ein bisschen einwerfen. So Frankreich noch so einen letzten Moment, die Kehrtwände hingekriegt. Wenn die sich selber im Griff haben, jetzt fange ich mal an mit meiner Einschätzung, denn wenn Frankreich sich irgendwie schafft zu organisieren und sich in den Griff zu bekommen und natürlich auch das auf die Kette bekommt, die Individualisten da richtig einzusetzen in das ganze Teamgefüge, sehe ich sie hier auf Platz 1. Gefolgt von, Überraschung, Schweiz. Und dann folgen erst Ecuador, die wieder so ein südamerikanisches Team darstellen, das richtig gefährlich ist. Und zum Schluss natürlich dann hier die Partyfußballer Honduras. Da werden wir viel Spaß haben, denke ich. Oder, Baumi? Ich denke auch. Wen hatten wir denn beim Convert Cup? Das war Tahiti, glaube ich, die dabei waren. Ja. Und Honduras ist, glaube ich, da das Tahiti der richtigen WM. Und so ein bisschen Statisten, einfach mal so ein bisschen um sich da einzuschießen, würde ich mal sagen. Ja. Ja, bei Frankreich bin ich noch nicht so richtig dabei. Ich meine, klar, von den Einzelspielern, ich würde mal sagen, gehört es auf jeden Fall zu den Top 5 der Länder, mit Sicherheit. Nur, ja, Ribéry geht meistens voran und das ist permanent. Und der andere Haufen lässt sich immer so ein bisschen mitschleifen. Ob das jetzt Benzema ist, der Nasri ist und so weiter und so weiter, kann man, glaube ich, auch viel mehr Namen nennen. Es sind sehr viele dabei, sehr, sehr gute Spieler. Und wenn, sagen wir mal, Ribéry dann wirklich mal nicht so wirklich gut drauf ist oder der Fokus der anderen Mannschaft wirklich drauf liegt, den auszuschalten, dann weiß ich nicht, ob das wirklich dann positiv ausgeht für Frankreich. Ecuador haben wir auch schon mal gesagt, das ist ja auch wieder so eine Mannschaft vom Kontinent, die sich da zeigen wollen und auch zeigen werden. Schweiz kann ich schlecht einschätzen, aber für mich auch eher Außenseiter. Also das wird, glaube ich, die knappste Gruppe von allen, die hier. Schweiz, da hecke ich einfach nur die Erwartungen an den, es kommt wieder nicht drauf. Wie heißt er, der Trainer? Hitzfeld. Hitzfeld, genau. Immer noch Hitzfeld, genau. Und da, denke ich mal, der wird da schon Wege finden. Gerade die Mannschaften, gerade Honduras und Ecuador, die wird er in den Griff bekommen, denke ich. Da ist der, ist ein alter Fuchs, der kriegt das auf die Kette. Und Frankreich wird dann einfach eine tagesformabhängige Geschichte zwischen Schweiz und Frankreich. Und ich sehe da Schweiz wirklich taktisch ganz weit vorne in der Gruppe. Sogar, ich sage mal, mannschaftlich sogar wesentlich stabiler als Frankreich. Ja, also ich würde mich auf jeden Fall richtig freuen für die Schweizer, wenn sich die da durchsetzen könnten. Weil ich habe es denen auch, habe mich da recht gefreut, wie da die Gruppe dann letztendlich feststand, dass die da Honduras mit reinbekommen, eigentlich eine Mannschaft, wo, denke ich mal, jedes Spiel verlieren wird. Also schon mal sichere drei Punkte für alle Mannschaften. Und wenn sie da sich gegen Ecuador irgendwie durchsetzen können, ich gönne es den Schweizern, da wirklich vielleicht eine Runde weiterzukommen. Finde ich eigentlich eine ganz coole Mannschaft. Vor allem mit dem Hitzfeld verbindet man ja doch als Deutscher relativ viel. Und von daher coole Gruppe. Und die Franzosen, klar, sind namentlich absolut der Favorit. Die können sich eigentlich nahezu nur selbst schlagen in der Gruppe. Und darf ich nicht auch vergessen, dass Schweiz als Gruppenkopf gesetzt war. Also das darf man jetzt nicht unterschätzen. Die haben eine brutale Qualifikation gespielt. Und wie gesagt, die waren als Gruppenkopf gesetzt. Und waren demnach die stärkste Mannschaft rein statistisch gesehen, die in der Gruppe drin ist. Und ja, wie gesagt, tagesformabhängig, was zwischen Frankreich und Schweiz passiert, wird auf jeden Fall spannend. Aber ich sehe die da ganz weit oben. Und Honduras wird Spaß machen. Ich denke, die machen auch viel mehr Werbung. Also Honduras macht dann mit ihrer Nationalmannschaft Werbung für die Reiseinstitute da. Dass dann viele Leute sagen, hey, Honduras muss ja geil sein. Da fahre ich mal in Urlaub. Tourismuswerbung, ja. Tourismuswerbung, genau. Ja, aber Ecuador darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Also das hat man oft gesehen. Ist eine gefährliche Mannschaft. Also ich meine, die haben natürlich auch diesen Heimvorteil. Weil die spielen ja, glaube ich, teilweise auf 2.000, 2.500 Meter Höhe ihre Spiele. Da geht es dann los. Allerdings wird das, denke ich, in Brasilien. Weiß nicht, wie da die Höhenlage ist. Ich glaube nicht so krass wie in Ecuador. Aber letztendlich darf man nicht unterschätzen. Also die können schon den Schweizern und auch den Franzosen gefährlich werden, wenn die einen guten Tag erwischen. Also mit Vorsicht zu genießen, die Ecuadorianer. Ja, ja. Gruppe F sieht natürlich auch schon sehr interessant aus. Von den Namen her Argentinien. Bosnien-Herzogowina als Premiere. Dann der Iran. So wie auch Nigeria. Baumi, was sagst du? Und du hast gerade schon gesagt, Bosnien-Herzogowina, das freut mich wahnsinnig, dass sie es endlich geschafft haben. Oft versucht, oft wirklich top gespielt und dann ganz knapp gescheitert. Jetzt endlich mal dabei und dann gleich bei einer WM quasi die Premiere zu feiern. In einer Gruppe, wo ich sie absolut als Achtelfinalist sehe. Weil ansonsten gut, Nigeria, Iran. Iran ist für mich einfach da unter Fernalifen angesiedelt. Es geht dann einfach gegen Nigeria, würde ich sagen. Aber so optimal sind die, glaube ich, auch nicht drauf. Mir fällt jetzt auch kein Spieler ein aus Nigeria, der jetzt wirklich da vorangehen würde. Wer da auch fällt. Da ist doch auch ein deutscher-deutscher Trainer, glaube ich, bei Nigeria. War das bei Nigeria? Nee, wo ist Ito? Kamerun. Da ist ein deutscher. Das heißt Schäfer, glaube ich, oder? Nee. Ich weiß gar nicht genau, wer da ist. Da ist ein deutscher Trainer bei Ito. Da fällt jetzt auch der Name nicht ein. Aber ich glaube, das stimmt. Ja, ja. Ich glaube, das stimmt. Nee, ich komme auch nicht genau drauf. Ich komme nicht drauf. Okay. Baumi, was sagst du zur Gruppe? Selbstläufer für Argentinien, grundsätzlich? Ich glaube, ich meinte es Barney, oder? Sorry. Sorry, ja. Sorry. Ich habe immerzu überlegt, Mensch, ich komme ja ganz gut heute zurecht hier mit den Namen. Ich habe eben noch überlegt, so Mensch, hast du immerzu schön die Kehrtwende gekriegt. Jetzt habe ich es doch verkackt. Barney, Frage der Zeit, ne? Überhaupt. Ja. Nee, ihr habt ja grundsätzlich alles schon dazu gesagt. Also Argentinien, klar, Gruppenfavorit. Bosnien-Herzegowina in der Primäre letztendlich werden Zweikampf mit Nigeria sich da liefern. Wird es ihnen natürlich gönnen, weiterzukommen. Ganz klar. Aber ja, die farbigen Kämpfe aus Nigeria, die darf man da schon nicht unterschätzen. Also ich glaube, die können schon enorm gefährlich werden. Vor allem Nigeria, glaube ich, auch ein Land, wo es relativ heiß ist. Könnte ich mir also vorstellen, dass die vielleicht auch klimatechnisch recht gut zurechtkommen im Brasilien. Also, ja, wird ein spannendes Ding. Aber um ein bisschen auszuschweifen. Sorry, habe ich dich unterbrochen? Nee, nee, nee. War eigentlich nicht. Um ein bisschen auszuschweifen. Ich finde das auch, gerade mit dem Iran, finde ich ja auch furchtbar politische Situation wieder. In der Weltmeisterschaft natürlich. In einem Land, das steht ja total in der Kritik in der Welt. Und findet sich dann auf sportlicher Ebene dann natürlich in so einem Wettbewerb. Ich finde, da können die auch viele Kredit gewinnen, wenn sie da sich ordentlich verhalten. Da gab es ja auch häufig in der Vergangenheit immer mal Nationen, die sich dann da ein bisschen kreuz und quer verhalten haben. Ich glaube, ich erinnere mich da an die Arabischen Emirate, wo es dann Probleme gab, dass die da gar nicht im Hotel rein wollten. Oder dann gab es auch irgendwelche Vorwürfe, dass da die Spiele gefaked worden sind. Das ist ein paar Jahre schon her. Wie gesagt, gerade sowas, das wird man auch nicht außer Acht lassen, finde ich. Iran hat da die Möglichkeit, wirklich mal einen sympathischen Eindruck auch mal wieder in der Welt zu machen. Nach den ganzen Problemen oder auch der Angst, die in der Bevölkerung geschürt worden ist. Oder der Weltbevölkerung wegen den Atombomben und was nicht alles da erzählt wird. Finde ich auch ein interessantes Thema, wie die das da lösen werden. Sportlich gesehen, denkbar sind wir uns einig. Keine Chance. So ist es. Man sagt ja immer so schön, Sport verbindet. Ich glaube, das ist ja nicht eine ganz gute Chance. Ja, ich hoffe mal. Solche Nebenschauplätze sind ja auch mal ganz interessant, wie das dann wahrgenommen wird. Dann auch von den jeweiligen Vertretern der Nationen. Ganz klar. Ich bin mal gespannt, wenn die Angela Merkel oder, na gut, die sitzt ja da nicht daneben, aber wenn die dann daneben den iranischen Präsidenten da sitzen müssen. Oder je nachdem, wer es da gerade ist. Der Iman oder sowas haben die doch, ich weiß gar nicht genau. Gut. Gut. Genug Politik, mehr Sport. Jetzt kommen wir nämlich zur Gruppe G, wie Germany. Und da drin ist Deutschland, Ghana, Portugal, USA. Also, ich fange jetzt mal wieder an. Ich würde sagen, wenn man sich zusammenreißt, das ist eine Stolpergruppe. Hundertprozentig eine Stolpergruppe, weil jede Mannschaft da drin Qualität hat. Ghana ist wohl der leichteste Gegner, aber bei Gott, man kann bei Portugal stolpern und auch bei der USA. Und also Selbstläufer, mich würde es nicht wundern. Bisher hat Deutschland es immer geschafft, ins Viertelfinale reinzukommen, in der Weltmeisterschaft. Es wäre eine Riesenfeierei, glaube ich, in den anderen Ländern, dass diesmal nicht klappt, oder? Barney, was sagst du? Also, ich fand es ja ganz geil, Löw gegen Klinsmann. Also, das ist ja sowieso das lustigste Thema, weil Klinsmann, klar, Trainer von der USA. Aber ich sehe grundsätzlich die USA eigentlich nicht so stark. Ich sehe Ghana stärker als USA. Weil Ghana war jetzt, glaube ich, auch schon in den letzten WMs, die waren noch ständig dabei, oder? Die waren 2.10 und 2.6 dabei. Also, die haben sich, glaube ich, irgendwo auch fußballtechnisch irgendwo gefestigt. Also, ich glaube, die haben mittlerweile doch eine recht ordentliche Mannschaft. Ich sehe da die USA eigentlich gar nicht so als Konkurrent irgendwo. Klar, Deutschland und Portugal sind grundsätzlich mal die Favoriten, beziehungsweise Deutschland und Cristiano Ronaldo, kann man fast sagen. Ja, gut, ist noch Korn Traus, mittlerweile auch schon gefestigt. Bei der letzten WM war der noch ziemlich jung, Pepe. Sicher, aber grundsätzlich hat ja Cristiano Ronaldo im Alleingang in die WM geschossen, so kann man es ja sagen, gegen Schweden. Und von daher sage ich da immer gern zu Portugal auch Cristiano Ronaldo. Ja, ist richtig, ja, stimmt schon. Also, er ist ja die Lichtgestalt in dem Kader, ganz klar. Aber ansonsten, schöne Gruppe, Stolpergruppe, hast du gesagt, ist auch so, also Ghana mit Vorsicht zu genießen, USA, wenn man einen richtig guten Tag erwischt, klar, können auch was reißen, Portugal, da werden auch mal die einen ordentlichen Tag erwischen können, die auch Deutschland sehr gefährlich werden. Also, da ist wirklich 110 Prozent gefordert in der Gruppe für unsere Heimmannschaft sozusagen. Und ich freue mich drauf. Baumi, wie siehst du das? Gehen wir da als Favorit rein und raus? Also, Favorit lasse ich auf jeden Fall stehen, klar. Ja, fangen wir mal bei den Amis an. Also, für mich, ich kann den Kader nicht so richtig einschätzen, aber wir haben angesprochen, Jürgen Klinsmann. Wahnsinnig toller Stürmer, wahnsinnig toller Spieler früher. Aber das ist kein Trainer, bitte. Das ist kein Trainer. Der hat keine Taktik. Der hat keine Taktik. Und ich bin mir sicher, dass die USA wirklich von allen drei Mannschaften in der Gruppe taktisch vorgeführt werden. Da können die noch so gute Fußballleine reinhaben. Aber taktisch wird das ein Desaster werden für den Klinsmann. Also, da würde ich auch wirklich ein Kasten Bier drauf wetten, dass es so ist, dass die ja als Vierter aus der Gruppe rausgehen. Oh, ehrlich? Ja. Bin ich mir relativ sicher. Also, ich habe jetzt, wenn man es so ein bisschen beobachtet hat, die USA, die Entwicklung des Fußballs in den USA, der hat Schwung aufgenommen. Da ist von der WM 94 viel hängen geblieben. Und es wurde systematisch immer weiter ausgebaut. Und mittlerweile ist ja die USA, also momentan ist es noch so, dass die USA einer der letzten attraktiven, muss man dazu sagen, attraktiven Orte ist für eine Fußballkarriere. Wenn man es in Europa geschafft hat, alles erreicht hat, geht man entweder in die Arabischen Emirat, um abzusahnen, nach Russland oder eben in die USA. Und ich denke mal, durch diese Entwicklung steckt natürlich in diesem Land enorm viel Potenzial. Klar, das sind 270 Millionen Einwohner. Und viele können natürlich da auch mit dem Sport, wie das schon in anderen Sportarten in den USA ist, können dann, sag ich mal, ihr Way of Life irgendwie auf die Kette kriegen. Klar, mit diesem Sportstipendium war es nicht alles. Also, alles auf dem Vormarsch. Jetzt aber zu dem Punkt zu kommen, die haben die Gruppenphase, die Qualifikation, erstmalig als Erster absolviert und haben eine brutale Hinrunde, also Qualifikation gespielt. Also, ich sehe die da schon stärker als Platz 4. Also, die Ghanesen, ich sage immer ganz gern Ghanesen, die sehe ich auf jeden Fall hinten. Wenn Deutschland das abruft, was sie eigentlich darstellen, mit dem Kader, dieser Gesamt-Weltklasse-Kader, wenn die das abrufen, dann sehen die da alle drei kein Land. Aber, ja, wie gesagt, Stolpergruppe. Ja, nochmal bei den Amis, nochmal kurz jetzt das abzuschließen. Das täuscht immer so ein bisschen. Das ist damals wie Australien, wo die in der Ozeaniengruppe gespielt haben. Man muss mal gucken, gegen wen die Amis spielen in der Qualifikation. Mexiko? Mexiko ist eigentlich für mich der einzige ernstzunehmende Gegner da. Und wenn man sich mal die Spiele von denen anguckt, also sobald dann irgendeine Mannschaft kommt, die ein bisschen was kann. Also, die tun sich selbst gegen Costa Rica permanent schwer. Kanada haben sie nur unentschieden gespielt. Von Mexiko 0-0, das ist schon ein Erfolg bei denen. Von Belgien, sagen wir mal, abgezogen worden, daheim. Freundschaftsspielen, ja gut. Ja, wir auch. Wir haben auch verloren. Ja, aber das ist ja, dann spielen sie in Schottland, haben sie 0-0 gespielt, gegen Österreich verloren. Die sind nicht dabei bei der WM. Also, ich sehe die wirklich ganz unten. Und dann wird halt wirklich sich entscheiden, Deutschland, Portugal, da muss man einfach nur gucken, dass der Ronaldo anfängt zu weinen. Die Chance ist nicht gerade klein, wenn man ihm den Ball abnimmt oder nicht gibt. Oder nicht gibt, genau. Wenn sie das Pressing irgendwie hinkriegen, das Gegenpressing, ihn auf die Füße stellen. Das hat Dortmund letztes Jahr gezeigt. Das ist immer drin, auch in der Liga, glaube ich. Es gab ein, zwei Mannschaften, wo sie Punkte haben liegen lassen, wenn man ihn aus dem Spiel nimmt. Und das ist hier bei Portugal noch offensichtlicher wie bei Real Madrid. Und demnach, wie gesagt, Wenn aber da der Zug ins Rollen kommt und der wirklich gehört, sage ich mal, zu den Top-3 absolut gestörten Spielern, die wirklich alles entscheiden können. Wenn der in Fahrt kommt und sich da wohlfühlt, dann hat auch Deutschland Probleme, wenn die da nicht, klar. Also, da kann jede Mannschaft gegen den Fall mal verlieren. Man muss mal sagen, gegen den einen Mann. Das spielen ja noch ein paar andere, mit den Pässe müssen die auch mal zugespielt werden. Aber wie gesagt, das geht schnell. Und Schweden hat sich auch gut geschlagen gegen uns, gegen Deutschland. War das nicht das 4-4? Mhm. Man will nicht erinnert werden. Guti, unsere Gruppe soweit klar. Gruppe H, denke ich mal, geben wir ein bisschen Gas. Algerien, Belgien, Russland, Südkorea. Und ich sage jetzt mal, Razi, Fazi, Belgien, Platz 1. Die finde ich furchtbar stark und interessant. Ich glaube, sie waren sogar Gruppenkopf als stärkste Mannschaft. Und dann tue ich mir ein bisschen schwer zwischen Russland, Südkorea. Südkorea lebt immer noch von dem Charme von 2002. Ich würde dann bald sagen, Russland. Wie seht ihr das, Barney, fang du mal an? Ja, ich sehe es grundsätzlich genauso. Belgien und Russland oben. Wer allerdings da stärker ist, kann ich schwer einschätzen. Weil die Belgier sind an sich eine Fußballnation, die sind brutal auf dem Vormarsch. Also die bringen ja, die haben ja die Jugendarbeit, glaube ich, ist ja mit. Die beste weltweit kann man ja schon sagen. Mit dem Besten. Also die sind ja so super in der Jugendarbeit. Das neue Holland sozusagen. Ja, die bringen da Jungs raus teilweise. Boah, also Halleluja. Wirklich ganz, ganz großen Respekt da an die Belgier. Was die da treiben, das ist ganz, ganz große Klasse. Also sehe ich auf jeden Fall als Mannschaft, die weiterkommt. Allerdings die Russland, also Russland darf man nicht unterschätzen. Die sind, die sind schon auch enorm gefährlich. Also die haben da richtige Typen drin, die können beißen, haben aber auch viel Kreativität mit drin. Also sind nicht zu unterschätzen. Bei den Russen sehe ich das Problem so ein bisschen, dass die immer über sich selbst gestolpert sind. Die waren dann ab einem gewissen Punkt zu arrogant, oder Baumi? Ja, das ist bei denen so, wenn die einmal ein gutes Turnier, sagen wir mal, halbwegs spielen, dann fühlen die sich quasi wie der Fußballgott der nächsten zehn Jahre ungefähr. Ich glaube 2008 waren sie relativ stark, oder war das da? Bei der Euro. Ja, stark angefangen und dann durch diese Selbsthelligkeit dann das Genick gebrochen. Genau. Und deswegen, ja, die Gruppe ist relativ schwach. Also Südkorea, ja, man könnte sagen, es war einmal, es war einmal. Ja, ja, die leben von 2002, wo es ein Spiel im Platz drei war gegen Deutschland. Das liegt noch so ein bisschen in den Köpfen vielleicht bei dem einen oder anderen. Aber ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch was groß nachkommt. Oder gut, da kommt immer wieder Spieler, da kommt dann nach. Aber da ist ja nicht so ein Gefüge da. Da sind ja mittlerweile schon alles ausgewandert. Die wohnen ja dann auch schon gar nicht mehr dort. Und da ist ja die Bindung auch nicht so groß, denke ich. Ich weiß es nicht. Weiß es nicht. Ja, Belgien habt ihr ja schon vorweggenommen. Also auch bei mir wirklich großer Respekt da einfach, was da aufgebaut wurde. Ich muss auch dazu sagen, das ist nicht nur, sagen wir mal, das Kollektiv der Spieler, also auch der Trainer, Marc Wilmotz. Früher wirklich als Aktiver bei Schalke. Ich habe den wirklich sehr gerne gemocht. Einfach von der Art, wie er Fußball gespielt hat. Und das gibt er jetzt einfach auch an seine Mannschaft weiter. Macht er wirklich großartig. Und es würde mich halt wirklich nicht wundern, wenn wir in Zukunft Belgien öfters auch als Favorit irgendwo beim Turnier hätten. Bin mal gespannt, wie die jetzt hier auftrumpfen. Also Geheimfavorit würde ich schon auf jeden Fall sagen. Gehe ich ähnlich. Also, weil das so ein Kader ist, neben natürlich, was bei Belgien jetzt fehlt, ist natürlich die Erfahrung und die Reife. Auch die Turniererfahrung jetzt in dem Kader, der jetzt da hinfährt. Aber diese vielen kleinen Einzeltalente, auch ein Draxler zum Beispiel, wenn er bei Schalke spielt, oder ein Maier, die tun sich mal vor und die haben viele von diesen Draxlers, Maiers, Müllers und was nicht alles. Und das ist sehr, sehr auffällig dort in Belgien. Und da kann schon so eine Eigendynamik dann entwickelt werden durch die gute Stimmung und so, eine junge Mannschaft. Ich sehe die auch ganz weit vorne. Also, klar, wie gesagt, für mich Belgien Platz 1 und Platz 2 wird dann zwischen Russland und Südkorea ausgemacht. Algerien, ich weiß zwar, viele, viele Topstars und Beispiel Zinedine Zidane war ja Halb-Algeria. Genau. Haben sich ja dann für die französische Nationalmannschaft entschieden. Aber so wüsste ich jetzt auch aus dem Stehgreif gar keinen, der da spielt. Ne, ich auch nicht. Und was man nochmal sagen kann zu Russland, die haben ja einen Temperaturunterschied von 50 Grad. Ne? Ja. Zu Hause minus 20 und in Brasilien wahrscheinlich 30 plus. Also, das wird auch eine interessante Sache. Ja, kommen wir auch schon gleich zu dem Thema. Wir haben ja alle Gruppen durch, wenn mich nicht alles täuscht. Nämlich die Temperaturen. Was meint ihr? Ist das ein zentraler Bestandteil von der WM? Wird man das so erleben? Wie, mein, 2006 war ja auch bomben warm. War ja auch ein Sommer zum Schwitzen. Wir spielen ja auch relativ nördlich und ich glaube, nördlich ist diese subtropische, ja, oder diese subtropische klimatische Verhältnisse. Äquatornähe wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Und das ist ja die Frage, wie ist das machbar? Würde das viel Einfluss haben oder sagt ihr, das ist eine blöde Ausrede, weil sowieso alle die gleichen Voraussetzungen haben, Baumi? Ja, ich denke mal, das ist auf jeden Fall. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, wir haben ja auch früher schon WM's gespielt, in Südamerika. Ganz früher auch. Aber nicht so gut. Das ist nicht, ne. Aber, ja, ich meine, die Betreuung heutzutage, sagen wir mal, die Überwachung auch und die Fitness der Spieler, einfach die Vorbereitung ist heutzutage so gut. Ich denke mal, das ist dann einfach, ja, Ausreden. Stimmungsmache, ne? Ja. Also das muss ein guter Profi abkönnen, mindestens. Also Brasilien gehe ich noch mit, in Dubai dann 22, sehe ich es ein bisschen anders, aber, oder, oder, Barney? Ja, ich sehe es eigentlich auch nicht so als großes Problem, letztendlich die klimatischen Verhältnisse. Also ich denke, vielleicht ein Vorteil für die Top-Mannschaften aus dem Kontinent, also für Argentinien und Brasilien. Also für die beiden könnte es vielleicht ein kleiner Vorteil sein, aber grundsätzlich, wenn man sich die ganzen anderen Gruppen anschaut, da haben viele mit den gleich schwierigen Verhältnissen einfach dann zu kämpfen oder auch nicht, je nachdem, wie sie vorbereitet sind und von daher denke ich mal, wird es nicht eine allzu große Rolle spielen. Ich denke auch, eigentlich sind die Europäer, weil ja gerade in Europa der regelmäßige Spielbetrieb, die bis zu 50 Spiele im Jahr und natürlich auch diese körperliche Belastung und wie jetzt auch Barney schon gesagt hat, diese grundsätzliche Überwachung, diese technische Überwachung der Spieler, was jetzt die Gesundheit angeht und all sowas, die Laktatwerte und was nicht alles oder Vitalwerte, dass das da eigentlich kein großes Problem ist. Es soll ja aber auch Trinkpausen geben, wie wir es aus der Bundesliga auch gekannt haben, jetzt zum Schluss, war ja auch recht warm dann noch und dann wurde ich auch immer zwischendrin getrunken. Es wird die Spiele natürlich langsam machen, oder? Wer möchte? Barney? Ja, ich sehe das nicht so schlimm mit den Trinkpausen. Also ich finde das eigentlich ganz gut, dass das gemacht wird grundsätzlich, weil es ja trotzdem irgendwo auch eine ganz, ganz hohe körperliche Belastung für einen Menschen ist, wenn man bei so einer hohen Temperatur 90 Minuten ackert. Vor allem die defensiven und zentralen Mittelfeldspieler, die ja überall zu finden sind, also die müssen ja hinter vor und rennen, keine Ahnung, weit über 10 Kilometer im Spiel und da sind so Trinkpausen wirklich klasse, gut, dann hängt der Schirr in der Minute hinten an und gut ist. Ja, ich meine jetzt auch langsam, nicht nur wegen den Trinkpausen, dass da jetzt Pausen gemacht werden, sondern auch grundsätzlich, weil die Temperaturen recht hoch sind, dass dann die Spiele langsamer sind, dass man dann eben nicht so laufen kann, wie wenn jetzt ein bisschen Nieselregen wäre und geschmeidige 15 Grad. Ja gut, das kommt natürlich dann auf die körperliche Fitness einfach drauf an. Also ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass ein Profifußballer 90 Minuten auch bei solchen klimatischen Verhältnissen gut durchhalten kann. Vielleicht nicht auf so einem brutalen Tempo, wie jetzt bei angenehmen 18 Grad und bewölkt, aber denke ich, wir werden da tollen Fußball sehen, glaube ich. Baumi? Also ich finde das taktisch sehr interessant, muss ich sagen. Also das bringt eine ganz neue Tiefe rein, weil es kann einfach sein, dass da Trainer mit diesen Gegebenheiten auch spielen, sagen, wir gehen jetzt einfach mal volle Pulle und versuchen da was zu holen, wenn die vielleicht ein bisschen langsamer machen, da vielleicht, ja möglicherweise am Anfang erstmal gucken wollen, ja wir spielen uns mal ein und dann später fangen wir an, so halbe Stunde, dann gucken wir mal, dass wir nach vorne spielen, dass das vielleicht das taktische Mittel genutzt wird. Du meinst dann sozusagen Formel 1 Niveau, ja? Die einen mit einem halben Tank und die anderen mit einem vollen Tank und dann mal gucken, wie viele Runden wir mit einem halben kriegen, wie viel wir rausfahren können, vielleicht zwei Tore mehr schießen, wenn wir Gas geben und dann hinten raus einfach hinten reinstellen, ja ist geil. Also da bin ich wirklich sehr gespannt, wie das aussehen wird dann. Ja, ja, ist möglich, absolut. Goodie, okay, habt ihr noch was zur WM, dass ihr dazu beitragen wollt, was wir noch diskutieren wollen? Ansonsten würde ich sagen, wir gönnen uns eine kurze Pause. Also ich glaube, wir können ja alle grundsätzlich vielleicht mal einen Favoriten nennen. Was denkt denn ihr, wer wird denn das Ding gewinnen? Wer fängt an? Soll ich jetzt aufgreifen? Ich weiß nicht, wo war das in der Bild-Zeitung, glaube ich, gestanden, irgend so eine Seherin aus Brasilien hat ja gesagt, Deutschland wird's. Also fallen die schon mal raus? Schon mal konsequenterweise muss ich dann sagen, Deutschland fällt raus. War so ein Gebrabbel da, das ist eigentlich noch nie wirklich, ja, dann ist es auch wirklich gekommen. Wer kann das werden, wenn ich diesen Favoriten nennen sollte? Gut, einen Titelverteidiger nennt man eigentlich immer. Das ist schon mal vorweg. Dann haben wir gesagt, die beiden ansässigen Länder da unten, Argentinien und Brasilien, die natürlich auch die klimatischen Verhältnisse am besten, sagen wir mal einschätzen, handeln können. Und dann hat die üblichen Verdächtigen. Italien muss man eigentlich auch immer dazu nennen. Also engste Favoritenkreise, wenn ich mich jetzt festlegen sollte, Wer wird's? Mach's einfach. Wer wird's? Würde ich mal sagen, die Spanier. Gibt ein Drittel. Okay, du sagst Spanien. Okay, und Bani? Brasilien. Okay, dann sag ich Schland. Klingt doch super. Okay, meine Lieben, da machen wir ein kurzes Päuschen und dann gehen wir noch so ein bisschen, ja, wird eine lange Folge heute. Ich denke mal, die Zuschauer wird's wahrscheinlich freuen, dass wir so lang quatschen. Wir gehen noch auf Bereich Champions League ein bisschen ein und gucken uns dann noch kurz einen kleinen Rückblick der Sommertransfers an. Also bis gleich. Ciao, ciao. So, meine Lieben, da wären wir wieder. Ja, ich denke mal, ich werde schon noch irgendwelche Musikstücke finden, die ich hier reinschneiden kann. Ich weiß noch nicht welche, da muss ich mir echt noch was überlegen. Man muss ja mal aufpassen, wir dürfen da keine Gamer-Musik verwenden und schieß mich tot. Die Probleme habt ihr ja sicherlich auch, ne? Hier und da mal schon erwischt. Ja. Inhalte dritte. Ja. Kommt schon mal vor, auf jeden Fall. Bei mir ist es sogar so, ich singe so gut teilweise in den Let's Plays, dass es erkannt wird, gecrawledert wird, als echtes Musikvideo. Echt. dann hör auf mit YouTube, da geh hier zu Voice of Germany oder DSDS oder sonst irgendwo hin. Genau. Ich habe letztens so ein bisschen Mariah Carey nachgeahmt und dann hat dann Google gesagt, oder YouTube hat gesagt, hier, das darfst du nicht machen, das klingt wie das Original-Lied. So gut singst du. Dann musste ich die Inhalte dritter bestätigen, musste ich sagen, ja. Ich weiß, in mir schlummert eine alte Mariah Carey. Okay, meine Lieben, kommen wir zurück zum Fußball. Das ist natürlich Quatsch, was ich erzähle, ne? So ein bisschen Blödsinn, muss ja dazugehören. Jetzt geht's los und zwar Champions League haben wir noch als Thema. Ja, wer ist denn so für euch so die größte Überraschung der bisherigen Champions League-Saison? Überraschung, dann natürlich auch Favorit und ja, so ein bisschen, mal so ein bisschen allgemein. Baumi, fang du mal an. Also ich weiß nicht, ob die als Favorit noch durchgehen oder als Überraschung, sagen wir mal, FC Basel, Überraschung, sagen wir mal jetzt mal. Weil die haben ja letzte Saison Euroleague, haben die ja auch schon sehr gut gespielt und jetzt sind die in der Gruppe mit Chelsea, Schalke, kurz der Oberbukarest, nicht unbedingt, aber die sind ja momentan auch vor Schalke noch vom letzten Spiel. Und es geht ja natürlich dann da um die Wurst, würde ich mal sagen, in der letzten Partie dann auf Schalke. Also das ist dann vielleicht so die Überraschung, dass die das auch wirklich dann portieren konnten von der Europa League jetzt auch in die Champions League rein. Ich sehe die auch richtig gefestigt, die Basler. Also ich sehe die Gefestigte, so wie die da auftreten. Wenn die in London gewinnen, mein Gott. Also dann, oder? Dann sind die doch stärker als Schalke. Im Prinzip auf jeden Fall. Bani, was meinst du? Basel. Basel, klar, ist eine gefestigte Truppe. Die haben auch letztes Jahr, glaube ich, schon gut überzeugen können in der Euroleague. Sind da auch sehr weit gekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß nicht mehr genau, wie weit, aber die waren doch im Viertelfinale, oder Halbfinale? Ne, Viertelfinale. Letztes Jahr Euroleague. Ich meine sogar, das wäre das Halbfinale gewesen. Oder das Finale weiß ich. Sporting gegen Chelsea, das weiß ich noch, aber... Boah, ich glaube Basel, auf jeden Fall, die sind letztes Jahr sehr weit gekommen international und können das heuer einfach bestätigen. Das finde ich halt sehr geil Bayern mit Shaqiri und Xhaka, die beide ja Basel verlassen haben, die ja eigentlich so ein bisschen für Basel standen, wo sie sich ja da richtig gut entwickelt haben, aber machen das dieses Jahr sehr gut. Ich möchte aber auch noch eine andere Mannschaft aufgreifen, und zwar Atletico Madrid. Hui. Die führen die Tabelle Gruppe G an, mit 13 Punkten aus fünf Spielen, haben zwar eine relativ einfache Gruppe mit Zenit, Porto und Wien, aber auch Zenit und Porto darf man nicht unterschätzen. Das sind keine schlechten Mannschaften und die haben mit David Villa da vorne natürlich einen geilen Stürmer von Barcelona bekommen und die sind sehr, sehr gefährlich. Also ist für mich so ein kleiner Geheimtipp, Atletico Madrid. Ein Riesenverein eigentlich, also wenn man so möchte, das sind so diese, ich sag mal, war ja immer so, die Europa League war ja auch immer in spanischer Hand dann, zumindest von dem spanischen Verein, die dann hinter Barcelona und Madrid kam, also Real Madrid. Die haben immer relativ stark die Euro League dann dominiert auch. Ja, hab ich gar nicht auf dem Plan gehabt. Wo du sagst, 13 Punkte ist ein solides Ding. Absolut. Aber war das so gewesen, dass die nicht auch die Euro League zweimal gewonnen haben? Atletico Madrid. Ich glaube, das war, ne? Ich glaube, ja. Ich hab jetzt leider nicht auf dem Plan. Letztes Jahr war natürlich Chelsea, das weiß ich noch, aber die Jahre davor, muss ich sagen, hab ich es ein bisschen stiefmütterlich behandelt, die Euro League, sobald die deutschen Clubs raus waren. Ich weiß, dass Berlin noch vor ein paar Jahren drin war und weit gekommen ist. In der Abstiegsaison, glaube ich sogar, waren die noch weit in der Europa League. Ist es nicht so, dass auch Frankfurt mehr Punkte in der Euro League gesammelt hat wie in der Bundesliga? Ich glaube, ja. Die haben, glaube ich, zwölf Punkte in der Euro League und elf in der Bundesliga oder sowas. Oder was, Freiburg? Ich weiß nicht genau. Weiß nicht, auf jeden Fall Frankfurt kann es sein, weil gestern in der Sportschau wurde nämlich davon gesprochen, dass Armin Fee jetzt wieder das Bundesliga-Gesicht aufgezogen hat, so richtig grimmig. Das passt dann irgendwo. Euro League, sehr, sehr überzeugend, aber dann halt jetzt in der Bundesliga, keine Ahnung, was da los ist bei denen. Ja, gerade bei Frankfurt ist es ja auch sehr auffällig, dass es ein bisschen geschmächelt wird, trotz der bestätigten Millionen, die sie noch gekriegt hat oder der Fee hat ja noch, hat ja mehr Millionen gefordert für Transfers und dann auch noch einen, wie heißt der da, den sie aus Tschechien geholt haben? Katlec? Katlec. Ja. Oder Katlec. Ja, den da noch ran zu holen. Gut, Champions League allgemein für mich, Basel auch, weil man auch die Gruppe so im Auge hat mit der deutschen Beteiligung, klar, muss ich sagen, wer zweimal gegen Chelsea gewinnt in der Gruppenphase, der hat es verdient, weiterzukommen, das Achtelfinale. Sie müssen jetzt nur noch die Lorbeeren jetzt einfangen gegen Schalke, muss ich sagen, obwohl ich natürlich Schalke die Daumen drücke, dass sie weiterkommen als deutsche Mannschaft, muss man sich aber wirklich fragen, ist man dann auch die Besseren? Also würde mich nicht wundern, wenn Basel das Ding gewinnt. Ja, das kann auf jeden Fall gut passieren. Ich drücke natürlich auch den Schalkern den Daumen, genauso wie auch ja letztendlich Dortmund, die ja grundsätzlich auch noch nicht durch sind und genauso wie auch Leverkusen. Also aktuell sicher haben wir ja eigentlich nur die Bayern. Also das wird nochmal trotzdem ein ganz, ganz heißer sechster Spieltag hier in dieser Champions League Vorrunde und Gruppenphase. Aber grundsätzlich kann man eigentlich mal, wenn man mal so flächendeckend über die Tabellen guckt, denke ich, sind eigentlich nahezu überall die Favoriten oben, außer vielleicht in der Dortmund-Gruppe. Da habe ich eigentlich Dortmund relativ stark gesehen. Aber gut, Arsenal, die spielen heuer national sowie international eine sehr, sehr starke Rolle. Von daher aber grundsätzlich eigentlich auf Tabellenplatz eins zumindest keine allzu großen Überraschungen. Wäre es für euch so die Mannschaft, die er am meisten überzeugen konnte bisher in der Champions League-Saison? Ja, ich würde dann fast schon Bayern sagen. Also wenn man 15 Punkte aus fünf Spielen hat, logisch, haben alles gewonnen. Die auf jeden Fall. Mir fällt aber auf jeden Fall eine negative Überraschung ein. Gruppe B, Juventus. Sechs Punkte. Die sind in einer Gruppe mit Real Madrid, Galatasaray und Kopenhagen. Sechs Punkte haben die. Ja. Italienischer Meister, ne? Ja. Also das ist ganz schwach. Aber Italien ist sowieso momentan wenig griffig. Also auch AC Milan spielt keine große Rolle, glaube ich, dieses Jahr. Wir sind Zweite in der Gruppe H hinter Barcelona. Okay. Aber ja, wie gesagt, ich finde die Italiener nicht so griffig. Ich dachte auch, von SS in Neapel, das wird eine grandiose Sache, nachdem sie gegen Dortmund gewonnen hatten. Aber in der Liga sind sie auch wieder abgestürzt. Also so ein bisschen, wie gesagt, ich finde es nicht so richtig griffig. Also da muss ich bei mir schon recht geben, natürlich die Bayern werden auch so ein bisschen in der Champions League getragen von dem Man City Spiel. Das Hinspiel, ne? Ganz klar. Das war ja schon sehr beeindruckend, wenn das mal richtig ins Rollen kommt, wie das dann aussieht da. Wie man auch so einen richtigen Top-Klub auseinander nimmt. Absolut. Und man muss wirklich sagen, die wurden auseinandergenommen. Das muss ja deprimierend gewesen sein. Da wurden zwar nicht sieben Tore geschossen, aber wenn man sich den Spielanteil anguckt und den Spielverlauf etc., das war schon sehr, sehr auffällig. Wenn sie jetzt nicht das schleifen lassen und sagen, okay, wir sind weiter, kann es nochmal sehr kräftig werden. Und dann als zweitbeste Mannschaft sehe ich Madrid, Real Madrid. Ganz klar. Also da waren, wenn ich sage, so 18 Tore. Das ist schon eine Hausnummer, ne? Oder, Barney? Ja, ich sehe Madrid auch sehr, sehr stark, aber auch Paris-Sage-Amar. Ja, also die sind auch sehr gut unterwegs. Natürlich mit dem Ibrahimovic da vorne drin. Also das läuft schon auch recht runter in der Hauptstadt in Frankreich. Also da geht es schon gut ab, ne? Also die, auch mit einer Tordifferenz von 12 plus. Also das ist schon auch sehr, sehr ordentlich. Wer auch ein bisschen schwächelt, ist Barcelona, ne? Also so seitdem Messi weg ist, da schaut es nicht mehr so gut aus. Zehn Punkte nach fünf Spielen. Das war schon dominanter vor ein paar Jahren. Ich meine, die sind klar sicher durch, weil natürlich Milan gegen Ajax spielt im letzten Spiel, aber überzeugend war das nicht. Was mich da so ein bisschen wundert ist, der Kader ist ja nahezu identisch mit denen, die gesamten Titel gewonnen haben. Also das ist sowas, wo ich sage, da gibt es ja gar keine großen Veränderungen jetzt im Kadergefüge, dass man sagen würde, okay, jetzt ist Umbruchzeit bei Barcelona. Der ist weg, der ist weg, der ist weg. Ne, sondern die sind ja nach wie vor alle da. Und da finde ich es komisch, dass da manche noch nicht so richtig aus dem Schatten rauskommen. Oder nicht da aus diesem, ja, scheinbar ein bisschen Durchschnitt spielen sie, finde ich. Also nichts Großes Weltbewegendes, da will ich nicht rara. Auch Neymar hätte ich mir, ohne jetzt die Wintertransfers oder die Sommertransfers vorweg zu greifen, schon ein bisschen auffälliger gedacht vielleicht. Oder? Also wenn wir jetzt mal Basel-Lundermal aufgreifen, finde ich ganz interessant, weil ich habe das oft gelesen und oft gehört, dass, wie der gesagt wurde, Guardiola, warum zu Bayern holen, der kann doch nichts. Der hat Basel-Lundermal trainiert, das trainiert ein Affe, der wird auch Champions-League-Sieger. Und das hier relativiert das Ganze ein bisschen, finde ich. Also das war schon eine große Leistung, die der damals gebracht hat. Und auch der Nachfolger, der leider dann an Krebs erkrankt ist, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Villanova, genau, ja. Das waren ja quasi die beiden, die haben das gemacht. Er war ja Co-Trainer unter Guardiola und hat das quasi weitergeführt. Und jetzt sieht man einfach, was das wert war. Diese Arbeit der beiden. Ja. Wie bei Klopp und seinem Soziuster, wie heißt er? Das ist ja auch so ein Taktik-Fanatiker. Also der war ja auch noch auf der Bank gesessen, wo Klopp dann eben in die Tribüne musste. Also das ist ja auch so ein Duo eigentlich. Im Backend hat er noch so jemanden. Aber ja, größte Enttäuschung insgesamt, wo man sagt, so hätte man nicht gedacht. Haben wir das schon gehabt? Weiß ich gar nicht, Barney? Ja gut, Juve hat der Baum hier aufgegriffen, ist ein bisschen schwach. Ansonsten, wenn ich mir die Gruppen jetzt mal flächendeckend so angucke, Marseille vielleicht, Null Punkte, war vielleicht nicht so zu erwarten in der Dortmund-Gruppe. Ja. Aber wer verlässt schon, das ist ja statistisch, ist es ja ganz, ganz selten, dass eine Mannschaft mit Null Punkten aus dem Turnier rausgeht oder aus der Champions League rausgeht. Ich glaube, das war einmal in Man City vor einem Jahr oder so. Ja, ist auch die einzige zusammen mit Pilsen momentan. Gut bei Pilsen. Pilsen, klar, die haben in der Gruppe halt mal keinen Auftrag. Aber Marseille, da wird kein Selbstläufer. Gerade mit dem, wie bereits schon erwähnten, Verletzungspech von Dortmund. Also das wird, das wird heiß, glaube ich. Auf jeden Fall. Also das wird richtig heiß, weil grundsätzlich, Arsenal hat auch noch nicht in Neapel einen Punkt geholt. Also das wird schwierig in Italien. Also die Dortmunder haben da eine enorm schwierige Aufgabe, wobei Leverkusen es auch nicht viel einfacher hat, um mal die Deutschen vielleicht ein bisschen aufzugreifen. Also die spielen bei Real Sociedad, die haben zwar an sich auch erst einen Punkt, aber schafft ja Donetsk gut in Man U. Die müssen halt gewinnen, die Leverkusener. Spielt Donetsk in Manchester? Die spielen in Manchester, ja. Okay. Ja, das ist aber auch momentan kein Garant für Siege. Die haben ja auch zwei Spiele in Folge jetzt verloren in der Liga. Manchester United, da ist ja der Mois, David Mois, der Mois, Mois nenne ich ihn, das ist im Norddeutschen heißt das Arsch. Der Mois, ja, der Mois-Cop, der kriegt ja gar nicht auf die Kette da mit Man U, das ist für mich eigentlich, Champions League läuft ja ganz gut bei denen. Mit Leverkusen, das haben sie ja schön deutlich gemacht in Deutschland, England. Bisschen schade, hätte Leverkusen sich ein bisschen besser verkaufen können. Ansonsten, ja, also Enttäuschung sehe ich jetzt direkt noch keine. Ich denke mal, da warten wir alle mal den letzten Spieltag ab. Sollte Dortmund wirklich rausfliegen, wären sie es ganz klar. Als Champions League-Finales aus dem Vorjahr und dann in der Gruppenphase raus, wären sie glaube ich auch. International wird es auch wahrscheinlich so gesehen werden, dann die größte Enttäuschung, weil da sehr, sehr viel Sympathie für Dortmund auch gewachsen ist im letzten Jahr. Wird ja auch in England gefeiert, der frische, erfrischende Fußball der Dortmunder und was nicht alles. Ja, wäre traurig, wenn das denn so eintreffen würde. Oder, Baumi? Würde ich auf jeden Fall auch sagen. Aber wir müssen wirklich mal festhalten, wir haben nur Bayern, die jetzt wirklich fest weiter sind. Aus der, wurde ja gesagt, mittlerweile besten Liga der Welt. Also Leverkusen tut sich schwer, Dortmund tut sich schwer und ja, gut, Schalke auch. Ja. Und das sind ja quasi die Köpfe der deutschen Bundesliga, wenn man mal auf die Terwelle guckt. Und ja, das spiegelt das dann ganz so nicht ganz wieder, muss man sagen. Ja, dieses Jahr wird dann wieder alles so ein bisschen relativiert. Na gut, ich habe ja gesagt, letztes Jahr bei den beiden deutschen Siegen, also Dortmund gegen Real und Deutschland gegen Barcelona, da habe ich gesprochen in einem Video von der Anbruch in einer neuen Ära. Habe ich mal so ein kleines Video gemacht, da habe ich mal so ein bisschen philosophiert. Dass das erst gemessen wird, das habe ich glaube ich auch schon gesagt, dass es erst dann gemessen wird, wenn es wirklich nachhaltig ist. Und danach sieht jetzt momentan noch diese Kippe, die jetzt da ist, nicht aus. Danach sieht es nicht aus. Das ist eine Gruppenphase. Und eine Gruppenphase ist das Fährste, was du haben kannst. Also es ist kein K.O.-Spiel, wo Tagesform abhängig ist oder so. Weiß ich mal, das ist eine Gruppenphase. Da hast du eben sechs Partien, wenn mich nicht alles täuscht, die alles entscheiden können. Und da hast du genügend Zeit, die richtigen Punkte einzufahren und die wichtigen Punkte. Und wenn sollten dann wirklich drei deutsche Klubs ausscheiden, hätten wir natürlich wieder Verhältnisse wie vor fünf, sechs Jahren, wo nur die Beine immer weiter sind. Ja, grundsätzlich kann man ja sagen, es haben noch zwei von drei Mannschaften selber in der Hand, was ich ganz positiv finde. Also die Dortmunder, wenn natürlich in Marseille gewinnen, sind sie weiter, klar. und auch die Schalker, wenn sie gegen Basel gewinnen, sind sie weiter. Die spielen auch noch zu Hause, vielleicht noch ein kleiner Vorteil. Gut, Leverkusen muss hoffen, dass Manju mindestens unentschieden spielt gegen Schachtjör, was sie, denke ich, auch schaffen werden. Von daher, denke ich mal, dürfen wir nicht alles negativ reden. Also es können noch alle vier schaffen, aber ich glaube nicht, dass es alle vier packen werden. Ich auch nicht, ich auch nicht. Ich denke einfach, gerade bei Dortmund und Schalke ist die momentane Lage der Situation rund um die Liga, wenn das Ausscheiden von Schalke im Pokal, dann bei Dortmund das Verletzungspech, dann natürlich jetzt der Punktverlust, der Drei-Punkte-Verlust oder auch Ein-Punkt-Verlust gegen Leverkusen, die Niederlage liegt wahrscheinlich auch noch ein bisschen in den Knochen gegen Bayern und alles sowas. Das sind nicht so die besten Voraussetzungen. Da kann man mentale Stärke zeigen. Soll mich ja nicht wundern, wenn sie es schaffen, machbar wäre es, wenn man den Namen vergleicht, Dortmund gegen Marseille und aktuelle Situation geht es, aber ein Selbstläufer, ganz im Gegenteil. Ja, sehe ich absolut auch so. Guti, Baumi, gehen wir mal ein Schritt weiter. Du fängst mal an, ein Wintertransfer. Siehst du irgendwas kommen, was jetzt wie eine Bombe einschlagen wird, wo man sagt, hier, da wird nachgelegt? Also, wenn du mich jetzt fragst, würde ich sagen, nein. Also, so direkt fällt mir jetzt doch keiner auf. Also, wenn man sich die Top-Vereine jetzt so anguckt, also, wenn dann noch eher, das ist schwierig zu sagen, schwierig zu sagen. Also, im Grunde von den Top-Vereinen Europas müsste eigentlich Manchester United irgendwo nachlegen, aber mir fällt auch kein Spieler ein, der... Wollte ich auch gerade reinwerfen, gerade die, ja. Das war die größte Enttäuschung bis jetzt, ja. Ich meine, man kann es auch nicht... Aber du würdest jetzt, also nach... Ja gut, das müsste man ja natürlich vergleichen, ne. Wer könnte gehen und wer dürfte gehen zum Winter, ist ja nicht selbstverständlich, ne, dass da einfach gewechselt wird. Besonders nicht wahrzunehmen, dass da einer kommt, der dann jetzt schon gewechselt hat, geht ja auch nicht, ne. Wie gesagt, Bani, hast du so einen, hast du Insider-Infos, dass da was Großes sich anbahnt? Also richtig was Großes jetzt eigentlich nicht. Was halt momentan national relativ gut in der Presse unterwegs ist, ist Schalke, ne. Haben wir ja schon oft angesprochen. Da sind die angeblich ja dran an Sidney Sam, zum einen von den Leverkusenern und auch an Fabian Giefer, was ja schon kurz vor Abschluss stehen soll als Torwart von den Düsseldorfern. Ich meine, die Düsseldorfer könnten es verkraften. Die haben mit Rensing, glaube ich, einen gleichwertigen auf der Bank. Da haben sie einen großen Tragen gehabt. Im Sommer war es doch, da sollte doch Rensing auf die 1 und dann wurde er doch auf die 2 gesetzt. Genau, also Giefer finde ich ein klasse Nachwuchstalent. Mittlerweile eigentlich auch schon ein gefestigter deutscher Torwart. Also fand den auch in der Abstiegssaison bei Düsseldorf sehr, sehr stark. Hat immer wieder ganz, ganz tolle Leistungen gezeigt. Vor allem am Anfang, wo Düsseldorf ja so viel gepunktet hat, hat er da überragende Leistungen gezeigt. Könnte ich mir gut vorstellen, dass der bei Schalke da Nummer 1 werden könnte. Junger Mann geht auf jeden Fall noch was. Und Sidney Sam, klar, ist ein klasse Spieler. Kann mir aber nicht vorstellen, dass den Leverkusen abgeben möchte, weil der da eigentlich gesetzt ist momentan. Vor allem abgeben möchte und vor allem auch, warum wechseln? Ich meine, ich bin bei so einer soliden Mannschaft wie Leverkusen. Das wäre wie wenn ich jetzt sagen würde, er wechselt dann von einem Champions-League-Platz auf einen vielleicht Europa-League-Platz. Ja, vielleicht. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass Sam vielleicht jetzt mit der persönlichen Entscheidung abwartet, wie das laufen wird jetzt mit dem Weiterkommen in der Champions-League. Also wenn da vielleicht die Schalker sich durchsetzen können und Leverkusen rausfliegt, dann wird es vielleicht ganz interessant. Aber ansonsten Sam... Er hat ja auch keine Spielberechtigung. Demnach hätte er ja auch nichts davon. Ja, stimmt auch wieder. Aber wobei Sam, Stammplatz, rechte Seite, Leverkusen, da ist verfahren bei Schalke, sehe ich eigentlich gar keinen Nachholbedarf. Von dem her spannend ist... Typischer Stürmer. Für mich hätten da so... Für mich sieht es so, wie Baumich schon sagt, auf jeden Fall Manchester United, da könnte ich mir gut vorstellen, dass noch ein bisschen Millionen locker gemacht werden. Irgendwo her, dass das nochmal korrigiert wird. Ob das was bringt, weil der Kader ist ja eigentlich wertvoll. Und der ist auch richtig gut, der Kader. Und man kriegt es trotzdem nicht auf die Kette, da über Platz 5 hinaus zu kommen. Die dümpeln irgendwo Platz 10 rum oder sowas. Katastrophale Saison bisher hinrunde. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass bei Manu da irgendwie nochmal ein Schnellschuss, aber in Verbindung mit dem Trainerwechsel passiert. Dann für mich, also Bedarf, den größten Bedarf an Material hätte für mich auf jeden Fall Dortmund, zumindest in der Defensive nochmal irgendwas Wertvolles, also was Sinnvolles vielleicht auch, weil in Friedrich bei aller Liebe, jetzt will ich die Qualität nicht absprechen, aber ohne die Spielpraxis, die nochmal fehlt. Und auch vergleichsweise ist er ein mittelmäßiges Zweitliga-Niveau und wurde ja nur deswegen aufgefangen, weil er vereinslos war, ging ja dieser schnelle Wechsel noch oder diese schnelle Verpflichtung von ihm klar. Und ich denke mal, Dortmund müsste da nochmal, um das auch noch ein bisschen zu korrigieren, wie es jetzt momentan läuft, weil das wird ja nicht besser. Also das sind 10 Punkte auf die Bayern schon und schon 6 Punkte auf Leverkusen. Und das dauert nicht lange, dann ist auch Gladbach mal vorbeigeruckt. Könnte ich mir gut vorstellen. Und sie haben ja dieses Verletzungspäch und sie haben ja die Verletzungssorgen und die Regeneration wird ja auch noch bei dem einen oder anderen ein bisschen länger dauern. Vielleicht sogar über mehrere Monate hinweg. Und dann kann sich wieder einer verletzen und dann kommen sie wieder in die Situation. Oder, Bomi, was sagst du? Das ist immer alles so der schmale Grat, wie ich finde. Ich meine, Dortmund war ja nicht so bekannt dafür, dass die irgendwelche Schnellschüsse machen, weil einfach das Gefüge so gut ist. Ich denke mal, wenn, dann ziehen die irgendwas von unten nach. Könnte ich mir eher vorstellen, dass dann irgendeinen da reinzusetzen. Das hätten sie auch schon machen können jetzt, aber da haben sie ja Friedrich geholt. Also das hätten sie ja schon längst machen können. Genau, das war dann vielleicht Plan A und eventuell Plan B. Ja, ich denke, ich glaube, die lehnen sich so ein bisschen auch an den Bayern an, weil die Bayern sind ja auch nicht bekannt dafür, dass die im Winter kaufen, selbst wenn irgendwo Verletzungen waren. Die haben das meistens auch intern dann gelöst, wenn. Und ich denke mal, Dortmund das dann wahrscheinlich auch so machen wird. Könnte ich mir vorstellen. Ja, bei denen sehe ich es halt nicht, nicht um sich jetzt zu verstärken, aber ich sehe einfach, das ist ein akutes Problem, dass da zu wenig Spieler sind. Also, dass da von der Qualität her zu wenig ist. Das finde ich halt bei denen halt sehr akut gerade und sehr auffällig, dass man dann eben gezwungen ist, einen vertragslosen Spieler, der nicht bei einem Verein momentan im Training steckt und in der Spielpraxis steckt, heranzuziehen wie in Friedrich. Das ist für den Profifußball ja vollkommen, also gerade in der ersten Liga und gerade in den ersten drei Plätzen ja das untypischste von allem. Ja. Was das Problem ist, was ich gerade mal ansetzen kann. Also, wenn Dortmund ist natürlich jetzt, wenn du einen guten Mann kaufen willst, sagen wir mal, der dir weiterhilft, der darf natürlich jetzt auch nicht da irgendwie viel Geld kosten und der wird natürlich später wissen, wenn die etatmäßigen Spieler wieder da sind, bin ich abgeschrieben. Weiß ich ja nicht. Und was noch dazu kommt, wenn du jetzt einkaufst, die ganzen guten Spieler, die haben Champions League gespielt, die bekommst du nicht mal rein für die Champions League. Für Europa. Das heißt, du gibst viel Geld aus und der darf noch nicht mal spielen dann international, wenn die weiterkommen. Und deswegen kann ich mich dann vielleicht eher mit der internen Lösung anfreunden. Der Friedrich darf ja auch nicht spielen. Zumindest nächste Woche nicht, ja. Da hast du dann einen Sokratis und wahrscheinlich entweder einen Kehl hinten drin oder einen Bender, der wieder fit wird, der Iron Man. Bender hat sich eine Knöchelverletzung zugezogen. Ja, ja. Wurde ich auch gesagt. Wenn einer wieder auf dem Platz steht, wenn es irgendwie geht, dann ist der Bender ja schon krass. Aber ja, ich sehe es halt wirklich, also ich sehe es akut, die Geschichte halt eben, hat mich dann doch schon ein bisschen irritiert mit der Verpflichtung von dem Friedrich, wie man ja auch, das war ja auch gestern einer der entscheidenden Pässe, die dann, das ist natürlich auch saublöd, wenn ihm das passiert. Ja, klar. Ansonsten hat er ja gar nicht so schlecht gespielt, aber es ist natürlich der einfachste Weg, so jemanden dann auch so ein bisschen in Regrett zu nehmen, wenn man sagt, ja, der kann es ja auch nicht besser vielleicht. Das ist ja auch kein leichter Stand für einen Spieler, wenn du sagst, Mensch, du hast 250 Bundesligaspiele gemacht und das hat er ja auch und trotzdem wirst du nicht wahrgenommen oder ernst genommen als Spieler auf der Position und dir werden sogar solche Fehler verziehen. Hätte es, wäre das im Hummels passiert, dann wäre er aus der Nationalmannschaft rausgeflogen, wenn es nach der Bild-Zeitung ginge. Aber ja, das ist halt die große Frage, was da passiert. Also ich sehe den Bedarf, sehe ich da, bei Dortmund, da ist Bedarf, irgendwas zu machen. Dass sie irgendwas brauchen, ist klar, weil sie sind ja alle verletzt und wer weiß, wenn der einer wiederkommt, wenn er wieder umknickt oder die Regeneration läuft irgendwie blöd, dann stehen sie wieder da und haben zu wenig Spieler, zumindest auf der Position. Sie sind ja auch nicht über und ein gesunder Konkurrenzkampf würde auch Dortmund vielleicht ganz gut tun. Tut sich auch auf anderen Positionen, war der ja da. Lewandowski hätte sich wahrscheinlich ohne einen Barrios, wie wir schon erwähnt haben, vielleicht auch gar nicht so entwickelt, zu so einem Top-Stürmer. Und auch ein Hummels und ein Subotic können doch im Backend wissen, hey Mensch, da steht noch ein Dritter, der will auch spielen. Ja gut, den haben sie ja an sich mit Sokratis eigentlich. Mit Sokratis eigentlich geholt. Gut, der hat natürlich jetzt auch noch eine gelb-rote Karte bekommen, also wird es zum nächsten Bundesligaspielern auch ganz interessant, wer daran spielt. Weil da hast du dann keinen Subotic, keinen Hummels, keinen Sokratis, dann kannst du Friedrich und einen Koray Günther reinstellen. Genau. Und das ist dann wirklich auch für mich die naheliegendste Lösung, dass du den Jungen einfach reinschmeißt. Ich meine, Potenzial ist da. Wir haben es ja bei Bayern gesehen mit Alaba. Einfach mal hingestellt und jetzt ist er da wirklich absolut gesetzt. Also einfach reingestellt, glaube ich, wurde bei Bayern noch nie einer, glaube ich, oder? Ich denke, bei ihm war es, glaube ich, fast so. Ja? Ich glaube, bei ihm war es fast so. Habe ich so in Erinnerung. Systematisch aufgebaut, sind ja viele Spieler. Zumindest werden sie dann, wenn sie mal kurzfristig, was ich so, da kommen wir noch mal, das wollte ich noch einwerfen und mir ist es entfallen. Was ich ja bei Schalke so krass finde, ist, dass diese potenziellen Top-Spieler in ein, zwei, drei, vier Jahren jetzt schon so in die Pflicht genommen werden, dass ein Julian Draxler mit Anfang 20 sich da hinstellen muss und muss der Kopf der Mannschaft sein. Das ist auch eine Kommunikationsspäche, glaube ich, des Vereins. Bei Bayern hat man ja zum Beispiel gesehen, um das mal zu vergleichen, das ist ja das beste Beispiel, Toni Kroos, als der dann von Leverkusen wieder zurückkam und hat ein super Spiel gemacht und dann wurde Oli Hönigs gefragt, was mit Toni Kroos ist, der hat auch scheiße gespielt. Der hat dann so, ihr müsst mal viel eher auf Schweinsteiger gucken, das beste Mittelfeldspieler und hat ihn so runtergeputzt, also rund, also diesen, hat er ihn schlechter gemacht, als er ist, um ihn einfach diese, diese Aufmerksamkeit wegzunehmen, damit er Ruhe hat und sich entwickeln kann und das läuft bei Schalke genau anders herum. Da werden die jungen, vielleicht potenziell starken Spieler mal irgendwann, die werden jetzt in den Vordergrund gerückt und hier, hier Meier, der hat, wenn du mal hochrechnest, der kommt vielleicht auf eine zweistellige Zahl von Bundesligaeinsätzen, wenn überhaupt und da fragt man sich dann, wie viel Hype verträgt so ein Verein eigentlich, ich meine gut, draußen, medial und bei den Zuschauern ist das gerne gesehen, da werden junge Spieler immer sofort in den Himmel gelobt, aber als Verein müsste man da vielleicht ein bisschen gegenwirken und die so ein bisschen aus dem Sperrfeuer nehmen, auch wenn der Sperrfeuer positiv ist, ein junger Mann kann das auch verderben. Klar, wenn du das Ganze gesagt kriegst, du bist der Superheld, du bist der Klasse, du bist ja wunderbar, du bist German Wunderkind oder was ich was, das muss nicht zwangsläufig positiv sein für eine Entwicklung. Das hat ja damals auch der Hoeneß, habt ihr das mitbekommen, als er selbst damals noch bei Schweinsteiger gesagt hat, wir müssen dem bisschen den Puderzucker aus dem Arsch klopfen, weil sonst fühlt er sich wie King und so weiter und das ist halt dann in dem Sinne genau richtig gewesen. Ja, genau, das ist das, sich unterordnen. Das ist ja so, ein Alaba, ein Shaqiri, nehmen wir vielleicht noch, wer wäre noch da, keine Ahnung, auch ein Götze zum Beispiel, die müssen sich ja unterordnen in so einer Mannschaft, die müssen sich ja komplett unterordnen. Selbst ein Götze, der kommt als Superstar von Dortmund, der muss sich unterordnen, der kommt auf keinen grünen Zweig, wenn er nicht sagt, hier, für mich ist der Chef der lahmste Chef und der Schweinsteiger ist der Chef, der Trainer sowieso, klar, der strahlt es ja auch aus, der Guardiola, ich kann mir ungut vorstellen, wenn du denen ein bisschen blöd kommst, der lacht nicht über jeden Scheiß und das, wie gesagt, die müssen sich auch sofort das hilft ja bei der Entwicklung, weil das ja das Teamgefühl gestärkt, wenn man sagt, hier, so läuft das bei uns, klar, auf alle Fälle. Und das ist wie, das sehe ich denn da zum Beispiel jetzt konkret, bei Schalke sehe ich das ein bisschen problematisch, weil eben, das noch oben gehoben wird, der teilweise, die jungen Spieler, natürlich Talent ohne Ende, aber auch ein Olli Kahn hat schon gesagt, der war nie talentiert, so wie andere in seinem Jahrgang etc., die da mit ihm gespielt haben etc., er musste immer doppelt so viel arbeiten wie die anderen und was ist er geworden? Nicht der talentierteste, sondern der titanigste von allen. Ja, so könnte man sagen. Absolut, um mal nochmal kurz ein bisschen Gesprächsthema in die Transfergeschichten zu bringen, was hält ihr von Marc-André Ter Stegen und den Gerüchten mit Barcelona, Paris und so weiter? Nette Personalie. Finde ich ganz spannend. Ja, Verein sagt, da gibt es keine Angebote. Wenn das so gesagt wird, glaube ich das, wenn gesagt wird, das hat sich noch keiner gemeldet, was in Spanien, in der spanischen Zeitschrift und in der englischen Zeitschrift immer proklamiert wird, das ist sowieso die Hälfte nur Quark. Glaub ich, dass er da hingehen würde? Ich weiß nicht, ob, das ist die Frage, wie weit ist er gefestigt mental? Geht er jetzt schon in so jungen Jahren dorthin? Oder wartet er noch ein, zwei Jahre, verlängert jetzt seinen Vertrag für zwei Jahre und geht dann als nächster Torwart zu Dortmund, wenn Weidenfeld dann langsam mal in Rente geht. Also, da sehe ich ihn eher, das wäre die intelligentere Alternative. Das hat man ja schon bei vielen anderen Transfers gesehen. Wie alt ist er noch gar nicht, oder? 22, 23? 20 ist er sogar noch. Oder 20. Was fühlt sich dann schon bei Barcelona? Was weiß ich, ich meine, was fühlt sich dann in so jungen Jahren denn schon da? Also, ich meine... Vor allen Dingen, weißt du, was gefährlich ist? Der ist jetzt bei Gladbach, sag ich mal mal, ist im Fokus, weil natürlich auch hinten, sag ich mal, öfter das Ding aufs Tor kommen. Bei Barcelona haben die eine Top-Abwehr. Sowieso die beste Mannschaft der Liga, der wird nicht mehr so viel aufs Tor bekommen und fällt damit auch nicht mehr so auf. Kann theoretisch passieren. Dass er dann zwar wirklich dann Meister wird, keine Ahnung, und sich vielleicht in der Champions League zeigen kann, aber ansonsten wird der nicht mehr so wahnsinnig auffallen. Man kennt ja den Löw, da bist du mal schnell raus aus dem Fokus. Kann sein, dass er dann in Barcelona im Tor steht, quasi Karriere-Höhepunkt überhaupt, könnte man meinen, aber halt einfach nicht mehr so auffällt. Auch, die Entwicklung nimmt auch ab, glaube ich, dann, wenn du dann so viele Spiele hast, wo du dann, man muss ja ganz ehrlich, also ich bin immer noch der Meinung, viele sagen, ja das stimmt nicht und das wäre nicht so der Fall. Wenn ich sage, dass Barcelona, Real Madrid, dann gibt es noch zwei andere Vereine und das Rest ist einfach nur Futter für die Statistik. Das macht doch auch, das ist doch für die Entwicklung von den Spielern, gerade für den Torwart, ist das doch nicht förderlich. Ich meine, ob da Osasuna 50 Schüsse aufs Tor bekommt von Barcelona, das mag ich zu bezweifeln. wenn Gladbach gegen Hannover, wenn Gladbach gegen Bayern, wenn Gladbach gegen Stuttgart spielt, ist das eine andere Hausnummer. Ganz genau. Ja gut, aber du hast halt, sage ich mal, vielleicht irgendwo eine einmalige Chance bei einem der besten Klubs der Welt zu spielen. Warum einmalig? Wenn ich richtig gut bin, werde ich immer umworben. Ja, sicher, aber dass Barcelona glaube ich früher oder später Nachholbedarf hat auf der Torposition, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist sogar akut, glaube ich. Da ist ja der Victor Valdez ist verletzt momentan. Dann haben die den José Manuel Pinto, keine Ahnung, kennt kein Mensch, ist 38 Jahre alt und Olazabal Oye steht zumindest hier auf Transfermarkt.de, wo ich gerade ein bisschen spick. Also das sind hier Namen, das hat noch kein Mensch gehört und dass natürlich so eine Topmannschaft letztendlich einen Topkeeper braucht, egal was das dann für einer ist, das denke ich mal steht fest und ich sehe da schon vielleicht einen Marc-André Ter Stegen vielleicht noch nicht nächstes Jahr, aber könnte ich mir bei Barcelona trotzdem für ein, zwei, drei Jahren doch vorstellen. Da gehe ich mit, wenn er das macht, der Vertrag muss verlängert werden, also der läuft aus dieses Jahr, glaube ich bei Ter Stegen und irgendwas muss passieren. Irgendwas wird passieren. Ob der jetzt akut zu Barcelona geht, die Frage ist natürlich, will Barcelona, kaufen sie sich so einen ein? Weil Barcelona könnte jeden Torwart der Welt haben, nehmen wir jetzt mal vielleicht zwei, drei raus, die bei ihm für einen bleiben würden. Aber ich sehe das, wie gesagt, ich finde ihn auch zu jung, um solche Schritte dann zu machen. Also ich finde das, er hätte die Möglichkeit für eine große Karriere und über eine überragende Bundesliga-Karriere kommst du auch immer weiter und gerade zumindest auch nationaler Ebene. Wie gesagt, er könnte auch in zwei, drei Jahren einen Weidenfelder beerben und wenn Dortmund sich da oben hält, er hätte die nächste bessere Station und dann kann er mit 27, 28 immer noch zu Real Madrid oder weiß der Geier gehen. Was weiß ich, was ich meine? bei Bayern würde er ja so schnell nicht, da ist er momentan kein Platz. Ja, das stimmt schon. Auf ein paar Jahre hinweg. Allerdings hast du halt auch die Gefahr, wenn du bei Gladbach spielst, im Grunde ist eine Mannschaft, die spielt zwar oben mit, aber zumindest momentan, aber die kriegen trotzdem auch Kisten und du kannst halt zum einen kannst du dich auszeichnen, zum anderen kannst du aber auch, ist die Chance höher, dass du Fehler machst, weil du natürlich mehr Schüsse aufs Tor bekommst und dann auch ziemlich auch schnell wieder aus dem Fokus rutschen könntest, wenn du letztendlich halt vielleicht mal ein bisschen schlecht, einen schlechten Tag errichtest. Ich glaube aber, dass für eine Entwicklung und ich würde deine Berater werden, da denke ich mal auch ganz ähnlich sein, für die Entwicklung ist ein sportlicher Wettbewerb und das will ich jetzt mal so nennen, mal eine Überschrift drüber machen, über dieses, man bekommt vielleicht auch mal eine Kiste und man bekommt was zu tun, anders wie bei einer anderen Mannschaft. Ich glaube, so ein sportlicher Wettbewerb ist dann doch hilfreicher, als wenn ich dann zum Beispiel bei Barcelona sitze und spiele eine super Saison von mir aus, national und dann in der Champions League kriege ich drei Kisten gegen Juventus Turin und werde ausgetauscht und sitze dann in der spanischen Liga auf der Bank. Also, puh, das ist eine andere Hausnummer, glaube ich, dann nehme ich doch lieber die Einsatzzeit, wo ich Stammkeeper bin und das kriegt da, das kriegt da, eine Stammposition kriegt kein Spieler bei irgendwelchen Top-Vereinen, sag ich mal, jetzt versprochen, garantiert. Also, das wird niemals, das wird niemals jemand hergehen und zu ihm sagen, hier, Ter Stegen, du bist 20 Jahre alt, du bist auf die nächsten 10 Jahre Stammkeeper bei FC Barcelona. Im Leben nicht, der wird nachgelegt, wenn der nicht passt. Das ist richtig, ja. Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass er seinen Vertrag nochmal verlängert mit einer ordentlichen Ausstiegsklausel. Würde ich mir wünschen. Und dann, denke ich, können wir den trotzdem letztendlich noch ein paar Jahre in der Bundesliga betrachten und dann, wenn er in so einem Alter ist, dann wie Manuel Neuer, wo er dann zu Bayern gegangen ist, so 24, 25, könnte ich mir vorstellen, dass dann vielleicht zu einem Top-Club geht. Ob Dortmund, ob Barcelona, ob Real, lasse ich da mal offen. Denke ich genauso. Sind wir auch schon schön, dass wir da auch die schöne Kurve kriegen zum Abschluss unseres kleinen und unserer kleinen großen Talk-Runde. So ein bisschen Rückblick auf die Hinrunde. Zuerst würde ich aber ganz gerne mal so die Sommertransfers nochmal Revue passieren lassen. Wir wurden ja Millionen und Abermillionen bewegt. Wer ist denn so für euch der wertvollste Transfer gewesen, wo man jetzt auch nach dem Ablauf der Hinrunde so sehen kann, wo man einschätzen kann, Mensch, das hat sich wirklich gelohnt für den Verein. Bani? Boah, das ist schwierig. Also zum einen Kevin Prince-Boateng, finde ich, hat Schalke doch vorgebracht. Hat da doch schon wirklich ordentliche Leistungen gezeigt, aber durch die ganze Situation kommt das halt vielleicht jetzt nicht so ganz rüber, wie ich finde. Aber Kevin Prince-Boateng sehe ich als einen der besten Transfers auf jeden Fall national gesehen. Mario Götze kommt jetzt langsam. Richtig, richtig ordentlich. War natürlich am Anfang noch verletzt. Ich habe es am Anfang irgendwie ein bisschen belächelt, warum sie den geholt haben. Letztendlich mir wieder gedacht, ja gut, die schwächen natürlich wieder die Gegner, wie die Bayern das immer so gern machen. Aber letztendlich, er kommt langsam. Also er ist wieder fit. Ich glaube, er ist noch nicht ganz auf 100 Prozent. Aber trotzdem natürlich, klasse Transfer und der kann den Bayern weiterhelfen. Absolut. denke ich, wären mal so die zwei. Also Götze sehe ich da in die Richtung ganz ähnlich. Wie gesagt, man muss auch sehen, der Guardiola hat sicherlich auch noch ein System mit ihm, was er mit ihm immer wieder einstudieren muss und wie auch die Mannschaft denn da darauf einstellt, denn auch so eine Variante des Spiels. Es ist ja, wenn Götze Zentraloffensiv spielt, sowas wie die falsche Neunjahr genannt wird, sowas Zentraloffensiv spielt, braucht er ja fast keine Mittelstimmer mehr. Und das ist ja von der Spielveranlagung eine ganz andere Situation. Das müssen die ja auch erst mal im Innerlichen. Momentan machen die die meisten Buden oder die auffälligen Spielszenen, die jetzt gelaufen sind in den letzten Monaten, war natürlich Robben und Ribery. Bei den Bayern jetzt mal speziell, das war noch nicht so ganz deutlich, dass mit einer falschen Neun, wenn Götze da vorne drinsteht, dass da die Tore fallen wie noch ein Löcher. Das war nicht so. Aber gebe ich dir recht, dass ich sehe den auch mittelfristig, nicht nur kurzfristig, sondern auch wirklich mittelfristig, als absolute Top-Verpflichtung von Bayern. Baumi, wie sieht es bei dir aus? Also wenn wir bei Transfers sprechen, habe ich zwei Spieler, die nicht vielleicht so auffallen, aber wenn man sie dann hört, dann eigentlich sagt man, ach ja, natürlich. Zum einen Max Kruse für Gladbach. Also der hat wirklich da absolut eingeschlagen bei denen. Hätte ich auch vorher nicht so erwartet. Beiden sind übelst drauf, ja. Also das hat auf jeden Fall Gladbach sehr nach vorne gebracht. Ich denke mal, der passt auch perfekt zur Philosophie von Lucien Favre. Dass der einfach so einen Spieler vorne sucht, der nicht nur einfach rumsteht, sondern der auch, sagen wir mal, Leute auf sich zieht, dass Räume entstehen, aber dabei auch immer wirklich gefährlich ist. Und der macht Buden, der legt Bälle vor. War auch eigentlich die größte Schwächung von Freiburg. Der war in zweierlei Hinsicht, weil er ist sehr auffällig als Transfer. Zum einen als Schwächung von Freiburg, das merkt man sofort in der Tabellenposition und natürlich das Spiel, dass Gladbach mit ihm, wenn er auf dem Platz steht, vollzieht, das ist schon sehr, sehr genial. Und der zweite Name, ja, ist für mich als Hamburger natürlich schön, endlich mit einem anstrengenden Stürmer vorne stehen zu haben. Pierre-Michel Lasogga. Ist zwar nur ausgeliehen, aber trotzdem auch im Endeffekt für mich ein Top-Transfer gewesen, hat elf Spiele gemacht für Hamburg, wenig Eingewöhnungszeit, hat acht Buden geschossen und belebt wirklich komplett vorne den Angriff. Belebt den Angriff, Lasogga, klar, kann was sein. Problem, was Hamburg halt hat, sind auch andere Baustellen noch da, die nicht ineinander greifen. Also da sind noch ein paar Zahnräder zu stellen, um das wirklich mal in den Trab zu kriegen, die Geschichte. Deswegen geht das auch wahrscheinlich ein bisschen unter, dass er da schon Gefahr ausstrahlt. Die Kombination, Shana Loklu, ich sehe den auch wirklich nach wie vor als absolutes Top-Talent. War keine Verpflichtung, der gehört ja schon zu Hamburg, war nur ausgeliehen an Karlsruhe letztes Jahr in der dritten Liga, aber trotzdem sehe ich den, wenn die wirklich schön zusammenspielen und da der Maverik was findet, wo er die gut einbinden kann, sehe ich die schon ganz, ganz stark. Für mich, es ist ein teurer Transfer, aber für mich der wertvollste Transfer dieses Jahr ist international, ist für mich Özil. Ich habe den Transfer schon, ich habe ihn belächelt, wo er getätigt worden ist, habe ich mir gedacht, wie dumm kann Madrid eigentlich sein, dass sie den verkaufen. Er hat mich ein bisschen überlegt, klar, das liegt da dran, irgendwo müssen sie das Geld ja herholen, um einen Bail zu holen. Dass wir dann gerade den eigentlich mitunter vielleicht sogar den stärksten Spieler verkaufen, jetzt natürlich sagen viele, ja, Ronaldo stärker wie Özil, klar, aber er hat ja die Vorlagen gegeben, muss erstmal so das Spiel lesen können und so voranbringen und auch wenn er ein bisschen Kritik erntet da in London, für mich, wenn man sieht, mit Özil, das war ein einziger Transfer, der getätigt worden ist, der die Mannschaft unterscheidet vom Vorjahr und die Tabellenposition, die dabei rausspringt und das Spiel, was da schreckenweise gespielt wird, so wie sie auch in der Champions League hier und da aufgetreten sind mit Özil, also das ist schon eine Hausnummer, das ist für mich, also für mich ist das der wertvollste Transfer, weil es auch wirklich sofort nachvollziehbar ist in der aktuellen Tabellensituation, ganz klar, gebe ich dir vielfach recht, ja gut, Schmach für Madrid, aber ein Top-Ding von Arsene Wenger, ganz klar, ja, wenn man das international betrachtet, auf jeden Fall Özil, also bin ich absolut bei dir, wo Bayern Bale auch gut eingeschlagen hat, also man, es kommt vielleicht nicht so rüber, aber der hat grundsätzlich in 14 Einsätzen 16 Scorer-Punkte und das ist nicht schlecht, also der hat neun Buden, sieben Vorlagen, allerdings halt erst 14 Einsätze, aber grundsätzlich vielleicht nicht die Summe letztendlich gerechtfertigt, aber hat schon auch bei Madrid seine Leistung gebracht, also das muss man schon sagen. Ja, das ist klar, bloß diese Zweitschneidige, man denkt sich so, ach Mensch, die haben so viel Geld, die holen sich einen Bale, dass sie aber dann ein extrem starkes Element aus dem Kader entfernen müssen dafür, das finde ich halt so, gut, es läuft gut für Madrid, es klappt auch so, wenn man sieht, was da an Spielermaterial da ist noch, um es weiterzuführen, das ist schon sehr auffällig, klar, funktioniert super. Man braucht sich ja mal bloß den Isco anschauen, der jetzt quasi die Position von Özil übernommen hat, also der macht das klasse für seine 21 Jahre, also wenn ich den mal auf das Alter von Özil hochrechne, kann der eine ähnliche Klasse bekommen, absolut. Ja. Ganz klar, okay, was war der größte Flop eurer Meinung nach, jetzt haben wir so ein bisschen über die Tops gesprochen, was war der größte Transferflop, den ihr bis jetzt gesehen habt oder wo ihr abschätzen würdet? Jetzt musst du halt wieder überlegen. Ja, echt überlegen. Musst du jetzt auch. So einen richtigen Flop. Ich weiß nicht, ich habe es mir aufgeschrieben, ich habe es zwar nur hingeschrieben, Flop, ich hätte mir zumindest meinen Namen schon mal hinschreiben sollen. Also, ich tue mich da ein bisschen schwer. Boah, so einen richtigen Flop, jetzt lassen wir uns mal ein bisschen so durch die Liga-Mannschaften klicken hier. Bundesliga fällt ja ein bisschen einfacher vielleicht. Wer hat gar nicht funktioniert, wer hat viel Geld gekostet und die funktioniert nicht. Wer ist vielleicht sogar verletzt. Ach, ich hätte ja schon ein gutes Beispiel. Der Fellaini von Manchester United. Funktioniert ja gar nichts da. Das ist ja der Lieblingsspieler von den Mors, den er aus Everton geholt hat. Ja. Und ich glaube, da sind sogar noch private Spiränzchen von ihm oder sowas sogar noch aufgetaucht, was er da abzieht im Man United. Will mich aber jetzt nicht festlegen, weiß ich nicht ganz genau. Aber wenn man das vergleicht, was wir bezahlt haben und was er letztendlich bringt für die Mannschaft, scheint ja nichts zu funktionieren. Mag jetzt so eine Mischung sein, kann man ihm allein nicht die Schuld geben, klar. Aber das wäre so einer, der mir jetzt auf dem Steg greift, wo ich sage, wo ich das verknüpfe, einen Transfer verknüpfe mit der aktuellen sportlichen Leistung, wäre das vielleicht beim Manchester United möglich. Das macht auf jeden Fall Sinn, ja. Obwohl man natürlich auch immer, wir haben es ja bei Lewandowski gesehen, was der für einen Blödsinn gespielt hat quasi als zweiter Mann hinter Barrios. Da hat jeder gedacht, den schicken sie demnächst nach Sibirien zurück, wo daher kam, keine Ahnung. Und dann hört man nie wieder was von dem. Und jetzt gucken wir jetzt heutzutage, ne? Ja. Vielleicht, ja, man muss halt abwarten, ob der vielleicht die Kurve doch noch bekommt. Aber jetzt zum jetzigen Zeitpunkt absolut richtig. Es ist auch ein Spieler, der so nicht auffällt. Also es ist eine Spielposition, die jetzt nicht direkt ja, sich selber, dass er selber aus seinem Spiel heraus, was er tätigt, selber sich in die Schlagzeilen bringen kann. Ich meine, das ist halt als Mittelfeldspieler immer ein bisschen schwierig. Das geht erst über Monate, Jahre hinweg. Oder du bist Toni Kroos und hast eine 92-prozentige Passquote, dann geht sowas, ne? Klar. Der hat die meisten Einsätze gehabt. Das haben sie auch bei Sky gezeigt vor dem Spiel, dass Toni Kroos vom FC Bayern München die meisten Einsätze hat. Nicht mal Neuer, nicht mal Lahm, nicht mal Guardiola wahrscheinlich. Toni Kroos hat ihm auch nicht gewusst, dass der die unscheinbar ist. Ja, durchs Klicken jetzt mal durch die Bundesliga-Mannschaften ist mir jetzt mal noch einer ins Auge gestochen und zwar Mohamed Abdellaue. VfB Stuttgart mittlerweile dreieinhalb Millionen gekostet, 14 Einsätze, ein Tor. Könnte vielleicht so ein kleiner Flop sein. Ja. Der ist mir jetzt mal so aufgefallen durchs Klickern durch die ganzen Mannschaften, aber ansonsten Ich fand, bei Abdellaue komme ich auch irgendwie so spontan natürlich auch auf Hannover, fand ich von der Einkaufspolitik sowieso ganz schwach eigentlich, was da passiert ist. Ich finde viele Mannschaften, die deutsche Bundesliga lebt so ein bisschen von der nationalen Identität. Also meiner Meinung nach ist es auch immer so gewesen, dass in Deutschland viele Deutsche spielen. Jetzt, das war einfach so. Es gibt so ein, zwei Vereine, die so ein bisschen entfremdet wirken für mich. Also Bremen zum Beispiel, wenn ich mal reingucke und Hannover gilt auch irgendwie für mich so ein bisschen entfremdet, was dann so die Schlüsselposition angeht, wo man sagt, so hier Mensch, ja, toller Spieler mit ein bisschen mehr Gas könnte Deutschland-Nationalspieler werden. Die absoluten Superstars waren immer schon Ausländer beziehungsweise auf den Positionen Franzosen, Holländer, weiß ich was. Aber wie gesagt, gerade Hannover und Bremen finde ich so ein bisschen in der Substanz entfremdet und das wirkt sich dann natürlich vielleicht auch bei Bremen, wenn man es schön in der Überleitung finden, auch auf so einem Spielhaus, wenn ich mit dem Verein nichts verbinde, dann lasse ich mich auch mal abschießen mit 7-0. Genau, schalte ich irgendwann ab. Ja, ich lese gerade bei Hannover, wer ist Marcello eigentlich? 2,7 Millionen. Der kam 5 Millionen von Eindhoven. Der kam von Eindhoven, genau. Sagt mir jetzt gar nichts. Also man merkt es schon, also die haben wirklich da irgendwie nicht so richtig toll verpflichtet. Gut, den Prip geholt von Fürth, naja, Sané von Nancy Lorraine. Der Prip hat auch kein überragendes Saison gespielt mit Fürth. Ja gut, wer hat bei Fürth eine überragende Saison gespielt? Den wollten sie halt drin behalten in der Liga. Aber, was man jetzt sagen würde, der geht durch die Decke oder ist ja auffällig. Da gibt es andere Zweitliga-Akteure. Auch, ich finde, ich finde dieses, immer diesen Transfer von Herrn Petersen ist ja eigentlich auch der ersten Transfer gewesen dieses Jahr. Finde ich auch zu belächeln. Also Bayern merkt schon, okay, der entwickelt sich keinen Meter weiter. Den haben sie als Torschützenkönig, die Bayern haben den als Torschützenkönig der zweiten Liga verpflichtet. Von Cottbus, ne? Auch nicht damals. Ja, war Cottbus. Ja. Ja. Und dann haben sie ihn am Bremen weitergeliehen und haben dann gesagt, okay, könnt ihr behalten, wir haben gesehen, der entwickelt sich nicht. Und die behalten ihn so wie so eine, keine Ahnung, so eine Fehlentscheidungsabstellkammer irgendwie Bremen. Funktioniert nicht. Also wie Elia ist das beste Beispiel. Es ist eigentlich ein Spieler, was ich ja schön finde an Bremen, dass er auch Nautovic, haben sie ja Gott sei Dank entsorgt. Elia hätten sie gleich mitschicken sollen, mit oben drauf geben sollen, mit Sahne. Ja, die hätten sie sich gar nicht verpflichten dürfen. Da haben sie sich doch, damals habe ich schon gelesen, als es rauskam, dass Quarim den Elia holt, haben sie die ganzen Hamburger schon kaputt gelacht und haben gesagt, viel Spaß. Der mag vielleicht von dem Fußball Fähigkeiten schon weit sein, aber vom Kopf halt nicht. Da fehlt irgendwas. Da fehlt diese Professionalität. Da dreht sich dann doch mehr drum, eine Frisur zu haben und das Auto zu fahren in der Stadt, sowie auch, keine Ahnung, schön Party zu machen, anstatt wirklich das Wesentliche, was ihn eigentlich weiterbringt. Und das ist für mich so ein Typ, der steht für mich viel zu weh. Also wie gesagt, er bringt keine Leistung, er ist einfach nur ein Querkopf. In so einem Kader bringt das einfach nichts. In so einer schwierigen abstiegsgefährdeten Mannschaft, die sie ja auch schon vor Saisonbeginn waren. Letztes Jahr haben sie auch noch gerade so die Kurve gekriegt. Gut. Da denke ich mal, wir haben es geschafft, meine Lieben. Ihr seid erlöst. Habt ihr noch was, was ihr noch reinwerfen wollt? Ich wüsste nicht. Auf die Schnelle auch nicht, nee. Dann an der Stelle würde ich sagen, wir verabschieden uns gemütlich von unseren netten Zuhörern, die hier wirklich über fast zwei Stunden durchgehalten haben. Wahnsinn. Wenn es überhaupt wer durchgehalten hat. Wenn es überhaupt wer durchgehalten hat, schreibt bitte jetzt rein. Ich habe durchgehalten, meine Lieben. Wenn ihr mehr Talks in dieser Dreier-Kombo, vielleicht nicht ganz so lange, aber vielleicht doch hin und wieder beziehungsweise in gemütlicher Regelmäßigkeit haben wollt, lasst ein nettes Kommentar da. Wenn ihr möchtet, natürlich auch gerne ein Däumchen. Die beiden Kanäle von den Jungs, die natürlich auch viel mit Fußball machen, aber auch andere Spiele auf ihren YouTube-Kanälen am Start haben, findet ihr zum einen natürlich direkt im Video zum draufklicken. Wenn ihr über Mobile guckt, müsst ihr in die Videobeschreibung und dort eben dann rumklickern, damit ihr auch diese schönen, gemütlichen Stimmen weiterverfolgen dürft. Baumi, Barney, ich verabschiede mich an der Stelle schon mal. Ihr habt natürlich beide nach Absprache das letzte Wort. Wer es hat, weiß ich nicht. An der Stelle sage ich schon mal Tschüss und bis bald. Ciao, ciao. Ja, ich sage an der Stelle nochmal ganz kurz Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Ich glaube, ich könnte ein ganz, ganz interessantes Projekt werden für euch da an den Bildschirmen oder an den Handys oder an den Tablets, je nachdem, wo ihr das Ding hier guckt. Also wie gesagt, der Berge hat es angesprochen, einfach in den Kommentar reinknallen. Hey, wir wollen euch drei da öfter in dieser Kombo haben und ja, von meiner Seite dann auch bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Genau, wollte mich auch ganz herzlich bedanken bei dir, Berge, dass ich dabei sein durfte und ja, Fußball ist einfach geil, wie wir alle wissen, liebste Freizeitbeschäftigung und auch in der Form hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden zusammen und ich würde mich auch freuen, wenn wir das in der Zukunft auf jeden Fall öfters haben werden und an der Stelle dann auch einen schönen guten Abend noch von mir haut rein, bis denn.